Das erste Buch Mose, Genesis, Kapitel 1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung, und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen, und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same isst. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same isst, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre, und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen, und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, Die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, Ach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. Kapitel 2 So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde, und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf, und bewässerte die ganze Erdoberfläche. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut, dort kommt auch das Bedolach-Harz vor und der Edelstein Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris, das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch, und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Kapitel 3 Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, eßt nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, daß von dem Baum gut zu essen wäre und daß er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, daß sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, Wo bist du? Und er antwortete, Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, Wer hat dir gesagt, daß du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, Warum hast du das getan? Die Frau antwortete, Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deine Twillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Kapitel 4 Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, daß Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend, und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend, und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete ich weiß es nicht soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach was hast du getan? Horch die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg der seinen Mund aufgetan hat um das Blut deines Bruders von deiner Hand Wenn du den Erdboden bebaust soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben und steht und flüchtig sollst du sein auf der Erde und Kain sprach zum Herrn meine Strafe ist zu groß als dass ich sie tragen könnte sie du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem angesicht verbergen und unsteht und flüchtig sein auf der Erde und es wird geschehen daß mich totschlägt wer mich findet da sprach der Herr fürwahr wer kein tot schlägt der zieht sich siebenfache rache zu und der herr gab dem kain ein zeichen damit ihn niemand erschlage wenn er ihn fände und kain ging hinweg von dem angesicht des herrn und wohnte im land nord östlich von eden und kain erkannte seine frau die wurde schwanger und gebar den henoch und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem namen seines sohnes henoch dem henoch aber wurde irad geboren und irad zeugte mehujael mehujael zeugte methusael methusael zeugte lamech lamech aber nahm sich zwei frauen die eine hieß ada die andere zilla und ada gebar den jabal der wurde der vater der zelt bewohner und herden besitzer und sein bruder hieß jubal der wurde der vater aller harfen und flötenspieler und auch zilla gebar und zwar den tubal kain den meister aller handwerker in erz und eisen und die schwester tubal kains war naama und lamech sprach zu seinen frauen ada und zilla hört meine stimme ihr frauen lamechs vernehmt meinen spruch einen mann erschlug ich weil er mich verwundet einen jungen mann weil er mich geschlagen hat denn kain wird siebenfach gerecht lamech aber siebenundsiebzig fach und adam erkannte seine frau nochmals die gebar einen sohn und nannte ihn set denn gott hat mir für abel einen anderen samen gesetzt weil kain ihn umgebracht hat und auch dem set wurde ein sohn geboren den nannte er enosch damals fing man an den namen des herrn anzurufen kapitel fünf dies ist das buch der geschichte von adam an dem tag als gott den menschen schuf machte er ihnen gott ähnlich als mann und frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den namen mensch an dem tag als er sie schuf und adam war einhundert dreißig jahre alt als er einen sohn zeugte ihm selbst gleich nach seinem er nannte ihn set und die lebenszeit adams nachdem er den set gezeugt hatte betrug 800 jahre und er zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit adams betrug 930 jahre und er starb und set lebte 105 jahre da zeugte er den enosch und set lebte nachdem er den enosch gezeugt hatte noch 807 jahre und zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit setz betrug 912 jahre und er starb und enosch lebte 90 jahre da zeugte er den kenan und enosch lebte nachdem er den kenan gezeugt hatte noch 815 jahre und zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit enoschs betrug 905 jahre und er starb und kenan lebte 70 jahre da zeugte er den mahalaleel und kenan lebte nachdem er den mahalaleel gezeugt hatte noch 840 jahre und zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit kenans betrug 910 jahre und er starb und mahalaleel lebte 65 jahre da zeugte er den jahre und mahalaleel lebte nachdem er den jahre gezeugt hatte noch 830 jahre und zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit mahalaleels betrug 895 jahre und er starb und jahre lebte 162 jahre da zeugte er den henoch und jahre lebte nachdem er den henoch gezeugt hatte noch 800 jahre und zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit jahre betrug 962 jahre und er starb und henoch lebte 65 jahre da zeugte er den methusalah und henoch wandelte mit gott 300 jahre lang nachdem er den methusalach gezeugt hatte und zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit henochs betrug 365 jahre und henoch wandelte mit gott und er war nicht mehr denn gott hatte ihn hinweggenommen und methusalach lebte 187 jahre da zeugte er den lamech und methusalach lebte nachdem er den lamech gezeugt hatte noch 782 jahre und zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit methusalachs betrug 969 jahre und er starb und lamech lebte 182 jahre da zeugte er einen sohn und er gab ihm den namen noah in dem er sprach der wird uns trösten über unsere arbeit und die mühe unserer hände die von dem erdboden her rührt den der her verflucht hat und lamech lebte nachdem er den noah gezeugt hatte noch 595 jahre und zeugte söhne und töchter und die ganze Lebenszeit lamechs betrug 777 jahre und er Noah war 500 jahre alt da zeugte Noah den sem den ham und den japheth kapitel 6 und es geschah als sich die menschen zu mehren begannen auf der erde und ihnen töchter geboren wurden da sahen die gottes söhne daß die töchter der menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen die ihnen gefielen da sprach der herr mein geist soll nicht für immer mit dem menschen rechten denn er ist ja fleisch so sollen seine tage einhundert zwanzig jahre betragen in jenen tagen waren die riesen auf der erde und auch später noch solange die gottes söhne zu den töchtern der menschen kamen und diese ihnen kinder gebaren das sind die helden die von jeher berühmt gewesen sind als aber der herr sah daß die bosheit des menschen sehr groß war auf der erde und alles trachten der gedanken seines herzens allezeit nur böse da reute es den herrn daß er den menschen gemacht hatte auf der erde und es betrübte ihn in seinem herzen und der herr sprach ich will den menschen den ich erschaffen habe vom erdboden vertilgen vom menschen an bis zum vieh und bis zum gewürm und bis zu den vögeln des himmels denn es reut mich daß ich sie gemacht habe Noah aber fand gnade in den augen des herrn dies ist die geschichte noas Noah ein gerechter mann war untadelig unter seinen zeitgenossen Noah wandelte mit gott und Noah hatte drei söhne gezeugt sem ham und japheth aber die erde war verderbt vor gott und erfüllt mit frevel und gott sah die erde an und siehe sie war verderbt denn alles fleisch hatte seinen weg verderbt auf der erde da sprach gott zu Noah das ende alles fleisches ist bei mir beschlossen denn die erde ist durch sie mit frevel erfüllt und siehe ich will sie samt der erde vertilgen mache dir eine arche aus tannenholz in räume sollst du die arche teilen und sie innen und außen mit pech überziehen und so sollst du sie machen dreihundert ellen sein fünfzig ellen breit dreißig ellen hoch eine lichtöffnung sollst du für die arche machen eine elle hoch ganz oben an der arche sollst du sie ringsherum herstellen und den eingang der arche sollst du an ihre seite setzen du sollst dir ein unterstes zweites und drittes stockwerk machen denn siehe ich will die wasserflut über die erde bringen um alles fleisch das lebensodem in sich hat zu vertilgen unter dem ganzen himmel alles was auf der erde ist soll umkommen aber mit dir will ich meinen bund aufrichten und du sollst in die arche gehen du und deine söhne und deine frau und die frauen deiner söhne mit dir und von allem was lebt von allem fleisch sollst du je zwei in die arche führen daß sie mit dir von jeder art der vögel und von jeder art des vies und von allem gewürm des erdbodens nach seiner art von allen sollen je zwei von jeder art zu dir kommen damit sie am leben bleiben du aber nimm dir von jeglicher nahrung die gegessen werden kann und sammle sie bei dir an daß sie dir und ihnen zur speise diene und Noah machte es so er machte alles genau so wie es ihm gott geboten hatte kapitel sieben und der herr sprach zu Noah geh in die arche du und dein ganzes haus denn dich allein habe ich unter diesem geschlecht gerecht erfunden vor mir nimm von allem reinen vieh je sieben und sieben mit dir das männchen und sein weibchen von dem unreinen vieh aber je ein paar das männchen und sein weibchen auch von den vögeln des himmels je sieben und sieben männchen und weibchen um auf dem ganzen erdboden nachkommen am leben zu erhalten denn es sind nur noch sieben tage dann will ich es regnen lassen auf der erde vierzig tage und vierzig nächte lang und ich will alles bestehende das ich gemacht habe vom erdboden vertilgen und Noah tat alles sechshundert jahre alt als die wasser der sind flut auf die erde kamen da ging Noah samt seinen söhnen seiner frau und den frauen seiner söhne in die arche vor dem wasser der sind flut von dem reinen vieh und von dem vieh das nicht rein war und von den vögeln und von allem was auf dem erdboden kriecht gingen Männchen und Weibchen die wasser der sind flut auf die erde kamen im sechshundertsten lebensjahr Noahs am siebzehnten tag des zweiten monats an diesem tag brachen alle quellen der großen tiefe auf und die fenster des himmels öffneten sich und es regnete auf der erde vierzig tage und vierzig nächte lang an eben diesem tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem Ham und Japheth seinen Söhnen und seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm das auf der Erde kriecht nach seiner Art auch alle Vögel nach ihrer Art jeder gefiederte Vogel und sie gingen zu Noah in die Arche je zwei und zwei von allem Fleisch das Lebensodem in sich hatte die aber kamen herbei wie Gott ihm geboten hatte und der Herr schloss hinter ihm zu und die Sintflut war vierzig Tage auf der Erde und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch so dass sie über der Erde schwebte und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu dass die Arche auf den Wassern dahin fuhr ja die Wasser nahmen so sehr über Ellen höher nachdem die Berge schon bedeckt waren da ging alles Fleisch zugrunde das sich regte auf der Erde Vögel Vieh und wilde Tiere und alles was wimmelte auf der Erde samt allen Menschen und es starb alles was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land er vertilgte alles bestehende auf dem Erdboden vom Menschen bis zum Vieh bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels wurde von der Erde vertilgt nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war und die Wasser blieben hoch über der Erde einhundertfünfzig Tage lang Kapitel 8 Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh das bei ihm in der Arche war und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen so dass die Wasser fielen und die Brunnen der Tiefe wurden verschlossen samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab so dass sie sich vermindert hatten nach 150 tagen und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am siebzehnten Tag des siebten Monats und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum zehnten Monat am ersten Tag des zehnten Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen und es geschah nach Verlauf von vierzig Tagen dass Noah das Fenster an der Arche öffnete das er gemacht hatte und er sandte den Raben aus der flog hin und her bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war danach sandte er die Taube aus um zu sehen ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens aber die Taube fand keinen Ort wo ihr Fuß ruhen konnte da kehrte sie zu ihm zur Arche zurück denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche und er wartete noch weitere sieben Tage dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus und die Taube kam zur Abend Zeit wieder zu ihm und siehe sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel da erkannte Noah daß das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde und nachdem er noch weitere sieben Tage gewartet hatte sandte er die Taube wieder aus da kam sie nicht mehr zu ihm zurück und es geschah im sechshundertsten Jahr am ersten Tag des ersten Monats da waren die Wasser von der Erde weg getrocknet und Noah und sie die Fläche des Erdbodens war trocken und im zweiten Monat am siebenundzwanzigsten Tag des Monats war die Erde ganz trocken geworden da redete Gott zu Noah und sprach geh aus der Arche du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir alle Tiere die bei dir sind von allem Fleisch Vögel Vieh und alles Gewürm das auf der so ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne alle Tiere alles Gewürm und alle Vögel alles was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen das verließ die Arche Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an auch will ich künftig nicht mehr alles lebendige schlagen wie ich es getan habe von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte Frost und Hitze Sommer und Winter Tag und Nacht solange die Erde besteht Kapitel 9 Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels über alles was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer in eure Hand sind sie gegeben alles was sich regt und lebt soll euch zur Nahrung dienen wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben nur dürft ihr das Fleisch nicht essen während sein Leben sein Blut noch in ihm ist jedoch euer Ereignis Blut will ich fordern von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern wer Menschen Blut vergießt dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde und zu seinen Söhnen mit ihm siehe ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen der nach euch kommt auch mit allen lebendigen Wesen bei euch mit Vögeln Vieh und allen Tieren der Erde bei euch mit allen die aus der Arche gegangen sind was für Tiere es seien auf der Erde und ich will meinen Bund mit euch aufrichten daß künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und daß auch keine Sintflut mehr kommen soll um die Erde zu verderben und Gott sprach dies ist das Zeichen des Bundes den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen die bei euch sind meinen Bogen setze ich in die Wolken der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde wenn es nun geschieht daß ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint dann will ich ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch das auf der Erde ist und Gott sprach zu Noah das ist das Zeichen des Bundes den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch das auf der Erde ist die drei Söhne Noahs aber welche die Arche verließen waren Sem Ham und Japheth und Ham ist der Vater Kanaans von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert Noah aber wurde nun ein Weinberg an als er aber von dem Wein trank wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt und Ham der Vater Kanaans sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen da nahmen Sem und Japheth das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklinks und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichte ab damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr was ihm sein jüngster Sohn getan hatte da sprach er verflucht sei Kanaan ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern und weiter sprach er gepriesen sei der Herr der Gott Säms und Kanaan sei sein Knecht Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Säms und Kanaan sei sein Knecht Noah aber lebte nach der Sintflut noch dreihundertfünfzig Jahre lang und die ganze Lebenszeit Noas betrug neunhundertfünfzig Jahre und er starb Kapitel 10 Dies ist die Geschichte der Söhne Noas Sem Ham und Japheth und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren Die Söhne Japheths waren Gomer Magok Madai Javan Tubal Mesech und Tiras Die Söhne Gomers aber Ashkenas Rifat und Togarmah und die Söhne Javans Elisha Tarsis die Kiteer und die Dodaniter Von diesen haben sie sich auf die Gebiete der Heiden verteilt in ihre Länder jeder nach seiner Sprache in ihre Völkerschaften jeder nach seiner Sippe Und dies sind die Söhne Hams Kusch Mitzrayim Put und Kanaan Und die Söhne Kusch Erechis war Babel sowie Erek Akkad und Kalne im Land Sinä Von diesem Land zog er aus nach Assur und Baute Niniveh Rehobot Ir und Kelach dazu Riesen zwischen Niniveh und Kelach das ist die große Stadt Mitzrayim aber zeugte die Luditer die Anamiter die Lehabiter und Naftuchiter auch die Patrusiter und die Kasluchiter von denen die Philister ausgegangen sind und die Kavturiter Kanaan aber zeugte Sidon seinen Erstgeborenen und Hit auch den Jebusiter den Amoriter und den Girgasiter und den Heviter den Arkiter und den Siniter und den Arvaditer den Zemariter und den Hamatiter und danach breiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon an bis dahin wo man von Gerar nach Gaza kommt nach Sodom und Gomorrah Adamah und Zeboim hin bis nach Lascha das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften auch Sem wurden Kinder geboren ihm dem Vater aller Söhne Hebers dem älteren Bruder Japhitz die Söhne Sems waren Elam Assur Apachshat Lut und Aram und Arams Söhne Utz Hul Geter und Masch Apachshat aber zeugte Shelach und Shelach zeugte Heber und Heber wurden zwei Söhne geboren der Name des einen war Pelek denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt und der Name seines Bruders war Joktan und Joktan zeugte Almodat Shelev Hazarmavet und Jerach Hadoram Usal und Dikla Obal Abimael und Sheba Ophir Havila und Jobab alle diese sind Söhne Joktans und ihre Wohnsitze erstreckten sich von Mescha an bis man nach Sephar kommt zum östlichen Gebirge Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen und Sprachen in ihren Ländern und Völkerschaften Das sind die Sippen der Söhne Noas nach ihrer Abstammung in ihren Völkern und von ihnen haben sich nach Kapitel 11 Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte Und es geschah als sie nach Osten zogen da fanden sie eine Ebene im Land Sinäa und sie ließen sich dort nieder Und sie sprachen zueinander wohl an lasst uns ziegel streichen und sie feuerfest brennen und sie verwendeten ziegel statt steine und asphalt statt mörtel und sie sprachen wohl an lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm dessen Spitze bis an den Himmel reicht daß wir uns einen Namen da stieg der Herr herab um die Stadt und den Turm anzusehen den die Menschenkinder bauten und der Herr sprach siehe sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten das zu tun was sie sich vorgenommen haben wohl an lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren damit keiner so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf die Stadt zu bauen daher gab man ihr den Namen Babel weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute dies ist die Geschichte Sams als Sam hundert Jahre alt war zeugte er den Arpakschad zwei Jahre nach der Flut und nachdem zeugt hatte lebte er noch vierhundert drei Jahre und zeugte Söhne und Töchter Schelach war dreißig Jahre alt als er den Heber zeugte und nachdem Schelach den Heber gezeugt hatte lebte er noch vierhundert drei Jahre und zeugte Söhne und Töchter Heber war vierunddreißig Jahre alt als er den Pelek zeugte und nachdem Heber den Pelek gezeugt hatte lebte er noch vierhundert dreißig Jahre und zeugte Söhne und Töchter Pelek war dreißig Jahre alt als er den Regu zeugte und nachdem Pelek den Regu gezeugt hatte lebte er noch zweihundert neun Jahre und zeugte Söhne und Töchter Regu war zweiunddreißig Jahre alt als er den Seruk zeugte und nachdem Regu den Seruk gezeugt hatte lebte er noch zweihundert sieben Jahre und zeugte Söhne und Töchter Seruk war dreißig Jahre alt als er den Nahor zeugte und nachdem Seruk den Nahor gezeugt hatte lebte er noch zweihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter Nahor war neunundzwanzig Jahre alt als er den Terach zeugte und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte lebte er noch einhundertneunzehn Jahre und zeugte Söhne und Töchter Terach war siebzig Jahre alt als er den Abram Nahor und Haran zeugte und dies ist die Geschichte Terachs Terach zeugte den Abram den Nahor und den Haran Haran aber zeugte den Lot und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Kaldea Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka eine Tochter Harans des Vaters der Milka und der Jiska Sarai aber war unfruchtbar sie hatte kein Kind und Terach nahm seinen Sohn Abram dazu Lot den Sohn Harans seinen Enkel auch Sarai seine Schwiegertochter die Frau seines Sohnes Abram und sie zogen miteinander aus von Ur in Kaldea um ins Land Kana anzugehen als sie aber nach Haran kamen blieben sie dort und die Lebenszeit Terachs betrug zweihundertfünf Jahre und Terach starb in Haran kapitel verfluchen die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde da ging Abram wie der Herr zu ihm gesagt hatte und Lot ging mit ihm Abram aber war fünfundsiebzig Jahre alt als er von Haran auszog und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot den Sohn seines Bruders samt all ihrer Habe die sie erworben hatten und den Seelen die sie in Haran gewonnen hatten und sie zogen aus um ins Land Kanaan zu gehen und sie kamen in das Land Kanaan und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem bis zur Terebinte Mures damals aber waren die Kanaaniter im Land da erschien der Herr dem Abram und sprach deinem Samen will ich dieses Land geben und er baute dort dem Herrn der ihm erschienen war einen Altar von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an danach brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden da aber eine Hungersnot im Land herrschte zog Abram nach Ägypten hinab um sich dort aufzuhalten denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land und es geschah als er sich Ägypten näherte da sprach er zu seiner Frau Sarai sieh doch ich wenn dich nun die Ägypter sehen so werden sie sagen das ist seine Frau und sie werden mich töten und dich leben lassen so sage doch du seist meine Schwester damit es mir um deinet Willen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinet Willen und es geschah als Abram nach Ägypten kam da sahen die Ägypter dass die Frau sehr schön war und als die Fürsten des Pharao sie sahen priesen sie sie vor dem Pharao da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht und es ging Abram gut um ihret Willen und er bekam Schafe Rinder und Esel Knechte und Mägde Eselinnen und Kamele aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais der Frau Abrams Willen da rief der Pharao den Abram und sprach was hast du mir da angetan warum hast du mir nicht mitgeteilt dass sie deine Frau ist warum hast du gesagt sie ist meine Schwester so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte und nun siehe da ist deine Frau nimm sie und geh und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer die ihm und seiner Frau und allem was er hatte das Geleit gaben Kapitel 13 und Abram zog mit seiner Frau und mit allem was er hatte auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev und Abram war sehr reich geworden an Vieh Silber und Gold und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen vom Negev her bis nach Bethel bis zu dem Ort wo sein Zelt zuerst gestanden hatte zwischen Bethel und Ai an die Stätte des Altars den er dort zuerst errichtet hatte und Abram rief dort den Namen des Herrn an aber auch Lot der mit Abram ging hatte Schafe Rinder und Zelte und das Land ertrug es nicht daß sie beieinander wohnten denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrams Vieh und den Hirten über Loths Vieh auch wohnten zu der Zeit die Kannaaniter und Pheresiter im Land da sprach Abram zu Lot es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir zwischen meinen Hirten und deinen Hirten denn wir sind Brüder steht dir nicht das ganze Land offen trenne dich von mir willst du zur linken so gehe ich zur rechten und willst du zur rechten so gehe ich zur linken da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordan Aue denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte darum erwählte sich Lot die ganze Jordan Aue und zog gegen Osten so trennte sich ein Bruder von dem Anderen Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn Der Herr aber sprach zu Abraham nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte hebe doch Denn das ganze Land das du siehst will ich dir und deinem Samen geben auf ewig Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann so soll man auch deinen Samen zählen können Mach dich auf durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach denn dir will ich es geben Da brach Abraham auf kam und wohnte bei den Terebinten Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar Kapitel 14 Und es geschah zur Zeit Amraphels des Königs von Sinear Arios des Königs von Elazar Kedor Laomas des Königs von Elam und Tideals des Königs der Gojim dass sie Krieg führten mit Bera dem König von Sodom und mit Birsa dem König von Gomorra und mit Sinab dem König von Adama und mit Semeber dem König von Zeboim und mit dem König von Bela das ist Zuar Diese verbündeten sich im Tal Sidim wo jetzt das Salzmeer ist Sie waren zwölf Jahre lang Kedor Laoma Untertan gewesen aber im dreizehnten Jahr fielen sie von ihm ab Darum kamen Kedor Laoma und die Könige die es mit ihm hielten im vierzehnten Jahr und schlugen die Rephaiter in Astarot Karnaim und die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kiryataim auch die Horiter auf ihrem Bergland Seir bis nach Elparan das an der Wüste liegt Danach kehrten sie um und kamen nach En Mishpat das ist Kadesh und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter dazu die Amoriter die in Hazezon Tamar wohnten da zogen der König von Sodom der König von Gomorrah der König von Adamah der König von Zeboim und der König von Bela das Zoa ist zum Kampf aus und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Sidim gegen Kedor Laomer den König von Elam und Tideal den König von Goyim und Amraphel den König von Elazar vier Könige gegen fünf das Tal Sidim hatte aber viele Asphalt gruben und die Könige von Sodom und Gomorrah wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort und wer übrig blieb floh ins Bergland und jenen nahmen alle Habe von Sodom und Gomorrah und alle ihre Nahrung und zogen davon sie nahmen auch Lot mit sich den Sohn von Abrams Bruder und seine habe denn er wohnte in Sodom und zogen davon es kam aber ein entflohener und sagte es Abram dem Hebräer der bei den Terebinden Mamris wohnte des Amoritas der ein Bruder von Eschkol und Anah war diese waren Abrams Bundesgenossen als nun Abram hörte dass sein Bruder gefangen sei bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte die in seinem Haus geboren waren und bis dann und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba das zur linken von Damaskus liegt und er brachte alle Habe wieder auch Lot seinen Bruder und dessen Habe die Frauen und das Volk brachte er wieder Als aber Abram von der Schlacht gegen Kedor Laoma und die Könige die mit ihm waren zurückkehrte ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schave das ist das Königstal aber Melchisedek der König von Salem brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete ihn und sprach gesegnet sei Abram von Gott dem Allerhöchsten dem Besitzer des Himmels und der Erde und gelobt sei Gott der Allerhöchste der deine Feinde in deine Hand gegeben hat und Abram gab ihm den Zehnten von allem und der König von Sodom sprach zu Abram gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich Abram aber sprach zu dem König von Sodom ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn zu Gott dem Allerhöchsten dem Besitzer des Himmels und der Erde daß ich von allem was dir gehört nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will damit du nicht sagen kannst ich habe Abram reich gemacht nichts für mich nur was die Knechte gegessen haben ihren Anteil nehmen Kapitel 15 nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung fürchte dich nicht Abram ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn Abram aber sprach O Herr Herr was willst du mir geben da ich doch kinderlos dahin gehe und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus und Abram sprach weiter siehe du hast mir keinen Samen gegeben und siehe ein Knecht der in meinem Haus geboren ist soll mein Erbe sein aber das Wort des Herrn erging an ihn dieser soll nicht dein Erbe sein sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird der soll dein Erbe sein und er führte ihn hinaus und sprach sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne und er sprach zu ihm so soll dein Same sein und Abram glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an und er sprach zu ihm ich bin der Herr der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat um dir dieses Land zum Erb Besitz zu geben Abram aber sprach Herr Herr woran soll ich erkennen dass ich es als Erbe besitzen werde und er sprach zu ihm bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber aber die Vögel zerteilte er nicht Da stießen die Raub Vögel auf die toten Tiere herab aber Abram verscheuchte sie und es geschah als die Sonne anfing sich zu neigen da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram und siehe Schrecken und große Finsternis überfielen ihn Da sprach er zu Abram Du sollst mit Gewißheit wissen daß dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land das ihm nicht gehört und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen vierhundert Jahre lang Aber auch das Volk dem sie dienen müssen will ich richten und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll und es geschah als die Sonne unter gegangen und es finster geworden war siehe da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel die zwischen den Stücken hindurch fuhr an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram und dieses Land gegeben vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom den Euphrat die Keniter die Kenisiter die Kadmoniter die Hethiter die Ferisiter die Rephaiter die Amoriter die Kanaaniter die Girgasiter und die Jebusiter Kapitel 16 Und Sarai Abrams Frau gebar ihm keine Kinder aber sie hatte eine ägyptische Magd die hieß Hagar und Sarai sprach zu Abram sieh doch der Herr hat mich verschlossen dass ich keine Kinder gebären kann kann geh doch ein zu meiner magt vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen und Abram hörte auf die Stimme Sarais da nahm Sarai Abrams Frau ihre ägyptische Magd Hagar nachdem Abram zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte und gab sie Abram ihrem Mann zur Frau und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger als sie nun sah dass sie schwanger war wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen da sprach Sarai zu Abram das Unrecht das mir zugefügt wird treffe dich ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben da sie nun aber sieht dass sie schwanger ist bin ich verächtlich in ihren Augen der Herr sei Abram aber sprach zu Sarai siehe deine Magd ist in deiner Hand tue mit ihr was gut ist in deinen Augen da nun Sarai sie demütigte floh sie von ihr aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste beim Brunnen auf dem Weg nach Schur er sprach zu ihr Hagar du Magd der Sarai wo kommst du her und wo willst du hin sie sprach ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen und der Engel des Herrn sprach zu ihr kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand und der Engel des Herrn sprach zu ihr siehe ich will deinen Samen so mehren dass er vor großer Menge unzählbar sein soll weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr siehe du bist wirst einen Sohn gebären dem sollst du den Namen Ismael geben weil der Herr dein Jammern erhört hat er wird ein wilder Mensch sein seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüber stehen und sie nannte den Namen des Herrn der mit ihr redete du bist der Gott der mich sieht in dem sie sprach habe ich hier nicht dem nachgesehen der mich sieht darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen der mich sieht siehe er ist zwischen Kadesh und Baret und Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram gab seinem Sohn den ihm Hagar geboren hatte den Namen Ismail und Abram war sechsen achtzig Jahre alt als Hagar ihm den Ismail gebar Kapitel 17 Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war erschien ihm der Herr und sprach zu ihm ich bin Gott der Allmächtige wandle vor mir und sei untadelig und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren da fiel Abram auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach siehe ich bin der welcher im Bund mit dir steht und du sollst dein Vater vieler Völker werden darum sollst du nicht mehr Abram heißen sondern Abraham soll dein Name sein denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und ich will dich sehr sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen auch Könige sollen von dir herkommen und ich will nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben in dem du ein Fremdling bist nämlich das ganze Land Kanaan und ich will ihr Gott sein und Gott sprach weiter zu Abraham so bewahre du nun meinen Bund du und dein Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht das ist aber mein Bund den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir alles was männlich ist unter euch soll beschnitten werden und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch jedes männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden wenn es acht Tage oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden die nicht von deinem Samen sind was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird soll unbedingt beschnitten werden so soll mein Bund an eurem Fleisch sein ein ewiger Bund und ein unbeschnittener Mann einer der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk weil er meinen Bund gebrochen hat und Gott sprach weiter zu Abraham du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen sondern Sarah soll ihr Name sein denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und Sarah die Neunzig Jährige sollte gebären und Abraham sprach zu Gott ach dass Ismail vor dir leben möchte da sprach Gott nein sondern Sarah deine Frau soll dir einen Sohn gebären den sollst du Isaak nennen denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm wegen Ismail aber habe ich dich auch erhört siehe ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren er wird zwölf Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll und als er mit ihm ausgeredet hatte erhob sich Gott hinweg von Abraham da nahm Abraham seinen Sohn Ismail und alle in seinem Haus geborenen Knechte und alle die um sein Geld erkauft waren alles was männlich war unter seinen Haus genossen und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut am selben Tag wie Gott es ihm gesagt hatte und Abraham war neunundneunzig Jahre alt als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde Ismail aber sein Sohn war dreizehn Jahre alt als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismail beschneiden und alles was männlich war in seinem Haus daheim geboren und von Fremdlingen um Geld erkauft wurde mit ihm beschnitten Kapitel 18 Und der Herr erschien ihm bei den Terebinten Mamres während er am Eingang seines Zeltes saß als der Tag am heißesten war und er erhob seine Augen und schaute siehe da standen drei Männer ihm gegenüber und als er sie sah eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes beugte sich zur Erde nieder und sprach mein Herr habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum so will ich einen Bissen Brot bringen daß ihr euer Herz stärkt danach mögt ihr weiter ziehen denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen sie sprachen tue wie du gesagt hast und Abraham eilte in die Hütte zu Sarah und sprach nimm rasch dreimaß Feinmehl knete sie und backe Brotfladen Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht der eilte und bereitete es zu und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb das er zubereitet hatte und setzte es ihnen vor und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen da sprachen sie zu ihm wo ist deine Frau Sarah er antwortete drinnen im Zelt da sprach er gewiß will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe deine Frau Sarah soll einen Sohn haben Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes der hinter ihm war und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach nachdem ich verblüht bin soll mir noch Wonne zuteil werden dazu ist mein Herr ein alter Mann da sprach der Herr zu Abraham warum lacht Sarah und spricht sollte ich wirklich noch gebären so alt ich bin sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben da leugnete Sarah und sprach ich habe nicht gelacht denn sie fürchtete sich er aber sprach doch du hast gelacht da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen um sie zu begleiten da sprach der Herr sollte ich Abraham verbergen was ich tun will Abraham soll doch gewiß zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden denn ich habe ihn ersehen daß er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete den Weg des Herrn zu bewahren in dem sie Gerechtigkeit und Recht üben damit der Herr auf Abraham kommen lasse was er ihm verheißen hat und der Herr sprach das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer darum will ich hinabsteigen und sehen ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben das vor mich gekommen ist oder ob nicht ich will es wissen und die Männer wandten ihr aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn und Abraham trat näher und sprach willst du auch den gerechten mit dem gottlosen wegraffen vielleicht gibt es fünfzig gerechte gerechte in der stadt willst du die weggraffen und den ort nicht verschonen um der fünfzig gerechten willen die darin sind das sei ferne von dir daß du eine solche sache tust und den gerechten tötest mit dem gottlosen daß der gerechte sei wie der gottlose das sei ferne von dir sollte der richter der ganzen erde nicht gerecht richten der Herr sprach wenn ich fünfzig gerechte in sodom finde in der stadt so will ich um ihre willen den ganzen ort verschonen und abraham antwortete und sprach ach siehe ich habe es gewagt mit dem herrn zu reden obwohl ich nur staub und asche bin vielleicht gibt es fünf weniger als fünfzig gerechte darin willst du denn die ganze stadt verderben um der fünf willen er sprach wenn ich darin so will ich sie nicht verderben und er fuhr weiter fort mit ihm zu reden und sprach vielleicht finden sich vierzig darin er aber sprach ich will ihnen nichts tun um der vierzig willen und abraham sprach möge es meinen herrn nicht erzürnen wenn ich noch weiter rede vielleicht finden sich dreißig darin er aber sprach wenn ich dreißig darin finde so will ich ihnen nichts tun und er sprach ach siehe ich habe es gewagt mit meinem herrn zu reden vielleicht finden sich zwanzig darin er antwortete ich will sie nicht verderben um der zwanzig willen und er sprach ach zürne nicht mein herr dass ich nur noch dies mal rede vielleicht finden sich zehn darin er aber sprach ich will sie nicht verderben um der zehn willen und der herr ging hinweg als er mit abraham ausgeredet hatte abraham aber kehrte wieder an seinen ort zurück kapitel 19 und die zwei engel kamen am abend nach so dom lot aber saß in so dom unter dem tor und als er sie sah stand er auf ging ihnen entgegen und verneigte sich das angesicht zur erde gewand und sprach siehe meine herren kehrt ein in das haus eures knechtes und bleibt über nacht und wascht eure füße so mögt ihr am morgen früh aufstehen und euren weg ziehen sie aber sprachen nein sondern wir wollen im freien übernachten er aber drang sehr in sie da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein haus und er bereitete ihnen ein mahl und machte ungesäuerte brotfladen und sie aßen aber ehe sie sich hin legten umringten die männer der stadt das haus die männer von sodom jung und alt das ganze volk aus allen enden und riefen lot und sprachen zu ihm wo sind die männer die diese nacht zu dir gekommen sind bring sie heraus zu uns damit wir uns über sie her machen da ging lot zu ihnen hinaus an den eingang und schloß die tür hinter sich zu und sprach ach meine brüder versündigt euch doch nicht siehe ich habe zwei töchter die haben noch keinen mann erkannt die will ich zu euch hinaus führen damit ihr mit ihnen tut wie es gut ist in euren augen nur diesen männern tut nichts denn sie sind doch unter den schatten meines daches gekommen sie aber sprachen mach dass du fort kommst und wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen und sie drangen heftig auf den mann lot ein und machten sich daran die tür aufzubrechen da streckten die männer ihre hände hinaus und zogen lot zu sich hinein und schlossen die tür zu und sie schlugen die männer vor der haustür mit blindheit klein und groß so dass sie müde wurden die tür zu wer in der stadt zu dir gehört den führe hinaus aus diesem ort denn wir werden diesen ort verderben weil das geschrei über sie groß ist vor dem herrn und der herr hat uns gesandt den ort zu verderben da ging lot hinaus und redete mit seinen schwiegersöhnen die seine töchter nehmen sollten und sprach macht euch auf geht hinaus aus diesem ort denn der herr wird diese als nun die morgenröte aufging drängten die engel lot und sprachen mach dich auf nimm deine frau und deine beiden töchter die hier sind damit du nicht umkommst in der bestrafung dieser stadt als er aber noch zögerte ergriffen die männer ihn und seine frau und seine beiden töchter bei der hand weil der herr ihn verschonen wollte und sie führten ihn hinaus und rette deine seele und schaue nicht zurück steh auch nicht still in dieser ganzen umgegend rette dich ins bergland damit du nicht weg gerafft wirst aber lot sprach zu ihnen ach nein mein herr siehe doch dein knecht hat vor deinen augen gnade gefunden und du hast mir große barmherzigkeit erwiesen dass du meine seele am leben erhalten hast aber auf das bergland kann ich mich nicht retten das unglück könnte mich ereilen so dass ich sterben müßte siehe jene stadt dort ist so nahe dass ich dahin fliehen könnte und sie ist klein ach lass mich dahin fliehen ist sie nicht klein nur dass meine seele am leben bleibt da sprach er zu ihm siehe ich habe dich auch in dieser sache erhört daß ich die stadt nicht zerstöre von der du geredet hast eile rette dich dorthin denn ich kann nichts tun bis du hineingekommen bist daher wird die stadt zoar genannt und die sonne ging auf über der erde als lot nach zoar kam da ließ der herr schwefel und feuer regnen auf sodom und gomorrah vom herrn vom himmel herab und er zerstörte die städte und die ganze umgebung und alle einwohner der städte und was auf dem erdboden gewachsen war und lots frau schaute zurück hinter seinem rücken da wurde sie zu einer salz säule abraham aber begab sich früh am morgen zu dem ort wo er vor dem herrn gestanden hatte und er blickte hinab auf sodom und gomorrah und auf das ganze land jener gegend und sah sich um und siehe ein rauch ging auf von dem land wie der rauch eines schmelzofens und und geschah als gott die städte in jener ebene verderbte da gedachte gott an abraham und er führte lot mitten aus dem verderben als er die städte verderbte in denen lot gewohnt hatte und lot ging von zoa hinauf und blieb mit seinen beiden töchtern auf dem bergland denn er fürchtete sich in zoa zu bleiben und er wohnte mit seinen vater ist alt und es ist kein mann mehr auf der erde der zu uns kommen könnte nach der weise aller welt so kommen wir wollen unserem vater wein zu trinken geben und bei ihm liegen damit wir von unserem vater nachkommenschaft erhalten so gaben sie ihrem vater wein zu trinken in derselben nacht und die ältere ging und legte sich zu ihrem vater und er erkannte es nicht weder als sie sich legte noch als sie auf stand und es geschah am morgen da sprach die ältere zu der jüngeren siehe ich bin gestern bei meinem vater gelegen wir wollen ihm auch diese nacht wein zu trinken geben daß du hingehst und dich zu ihm legst damit wir von unserem vater nachkommenschaft erhalten so gaben sie ihrem vater auch in jener nacht wein zu trinken und die jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm und er merkte es nicht weder als sie sich legte noch als sie auf stand so wurden die beiden töchter lots schwanger von ihrem vater und die ältere gebar einen sohn den nannte sie moab der wurde der vater der heutigen moabiter und die jüngere gebar auch einen sohn den nannte sie ben ami der wurde der vater der heutigen ammoniter kapitel 20 abraham aber zog von dort in den negev und wohnte zwischen kadesh und schur und er hielt sich als fremdling in gerar auf und abraham sagte von seiner frau sarah sie ist meine schwester da ließ abimelech der könig von gerar sarah holen aber gott kam nachts im traum zu abimelech und sprach zu ihm siehe du bist des todes wegen der frau die du genommen hast denn sie ist die ehefrau eines mannes abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert und er sprach herr willst du denn auch ein gerechtes volk umbringen hat er nicht zu mir gesagt sie ist meine schwester und auch sie selbst hat gesagt er ist mein bruder habe ich doch dies mit aufrichtigem herzen und unschuldigen händen getan und gott sprach zu ihm im traum auch ich weiß dass du dies mit aufrichtigem herzen getan hast darum habe ich dich auch bewahrt dass du nicht gegen mich sündigst und darum habe ich es dir nicht gestattet dass du sie berührst so gib nun dem Mann seine Frau wieder denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten so wirst du am Leben bleiben wenn du sie aber nicht zurück gibst so wisse dass du gewiß sterben musst samt allem was dir gehört da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren und die Leute fürchteten sich sehr und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm warum hast du uns das angetan und was habe ich an dir gesündigt dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest du hast nicht mit mir gehandelt wie man handeln soll und Abimelech fragte Abraham in welcher Absicht hast du dies getan da sprach Abraham weil ich dachte es ist gar keine Gottesfurcht auch ist sie wahrhaftig meine Schwester denn sie ist die Tochter meines Vaters aber nicht die Tochter meiner Mutter und so ist sie meine Frau geworden und es geschah als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte da sprach ich zu ihr das musst du mir zuliebe tun daß du überall wo wir hinkommen von mir sagst er ist mein Bruder da nahm Abimelech Schafe und Rinder Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück und Abimelech sprach siehe mein Land steht dir offen wo es dir gefällt da lass dich nieder aber zu Sarah sprach er siehe ich habe deinem Bruder tausend Silberlinge gegeben siehe das soll dir eine Decke der Augen sein für alle die um dich sind damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde daß sie wieder Kinder gebären konnten denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen um Sarahs der Frau Abrahams willen Kapitel 21 und der Herr suchte Sarah heim wie er verheißen hatte und der Herr handelte an Sarah wie er geredet hatte und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit wie ihm Gott verheißen hatte und Abraham gab seinem Sohn der ihm geboren wurde den ihm Sarah gebar den Namen Isaac und Abraham beschnitt Isaac seinen Sohn als er acht Tage alt war wie es ihm Gott geboten hatte und Abraham war hundert Jahre alt als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde und Sarah sprach Gott hat mir ein Lachen bereitet wer es hören wird der wird mir und sie sprach wer hätte das dem Abraham verkündet dass Sarah Kinder stillt dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter und und Kind wuchs heran und wurde entwöhnt und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag als Isaac entwöhnt wurde und Sarah sah dass der Sohn der Hagar der ägyptischen Magd den sie dem Abraham geboren hatte Mut Willen trieb Da sprach sie zu Abraham treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes Willen aber Gott sprach zu Abraham es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd höre in allem was Sarah dir sagt auf ihre Stimme denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen weil er dein Same ist da stand Abraham am Morgen früh auf und nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort und sie ging und irrte umher in der Wüste von Beersheba als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war warf sie den Knaben unter Schuss weit entfernt denn sie sprach ich kann das sterben des Knaben nicht mit ansehen und sie saß ihm gegenüber erhob ihre Stimme und weinte da erhörte Gott die Stimme des Knaben und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel her zu und sprach zu ihr was ist mit dir Hagar fürchte dich nicht denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört da wo er liegt steh auf nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand denn ich will ihn zu einem großen Volk machen und Gott öffnete ihr die Augen daß sie einen Wasserbrunnen sah da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken und Gott war mit dem Knaben der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten und es geschah zur selben Zeit da redete Abimelech in Begleitung seines Heerführers Pichol mit Abraham und sprach Gott ist mit dir in allem was du tust so schwöre mir nun hier bei Gott daß du weder an mir noch an meinen Kindern noch an selbe Freundschaft die ich dir bewiesen habe sollst du auch an mir beweisen und an dem Land in dem du ein Fremdling bist da sprach Abraham ich will schwören und Abraham stellte Abimelech zur Rede wegen des Wasserbrunnens den die Knechte Abimelechs mit Gewalt genommen hatten da antwortete Abimelech ich weiß nichts davon wer hat das getan du hast mir gar nichts erzählt und ich habe auch nichts davon gehört bis zu diesem Tag da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech und sie machten beide einen Bund miteinander und Abraham stellte sieben Lämmer beiseite da sprach Abimelech zu Abraham was sollen die sieben Lämmer hier die du beiseite gestellt hast er antwortete du sollst sieben Lämmer von meiner Hand nehmen damit sie ein Zeugnis für mich Daher wird der Ort Beersheba genannt weil sie beide dort einander schworen Als sie aber den Bund in Beersheba geschlossen hatten machten sich Abimelech und Pichol sein Heerführer auf und zogen wieder in das Land der Philister Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn des ewigen Gottes an und Abraham hielt sich lange Zeit als Fremdling im Land der Philister auf Kapitel 22 und es geschah nach diesen Begebenheiten da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm Abraham und er antwortete hier bin ich und er sprach nimm doch deinen Sohn deinen einzigen den du lieb hast Isaac und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge den ich dir nennen werde da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und er spaltete Holz zum Brandopfer machte sich auf und ging hin an den Ort den Gott genannt hatte am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne da sprach Abraham zu seinen Knechten bleibt ihr hier mit dem Esel ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham mein Vater Abraham antwortete hier bin ich mein Sohn und er sprach siehe hier ist Feuer und Holz wo ist aber das Lamm zum Brandopfer und Abraham antwortete mein Sohn Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen und sie gingen beide miteinander und als sie an den Ort kamen den Gott ihm genannt hatte baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und Abraham streckte seine Hand aus und faßte das Messer um seinen Sohn zu schlachten Da rief da rief der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach Abraham Abraham und er antwortete hier bin ich er sprach lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts denn nun weiß ich daß du Gott fürchtest weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinet Willen Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe da war hinter ihm ein Widder der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes und Abraham nannte den Ort der Herr wird dafür sorgen so daß man noch heute sagt auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach ich habe bei mir selbst geschworen spricht der Herr weil du dies getan und deinen Sohn deinen einzigen nicht verschont hast darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden weil du meiner Stimme gehorsam warst und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham wohnte in Beersheba und es geschah nach diesen Begebenheiten da wurde Abraham berichtet siehe auch Milka hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren Utz den Erstgeborenen und Bus seinen Bruder und Kemuel den Vater des Aram und Keset und Haso und Pildasch und Jedlaf und Betuel Betuel aber hatte die Rebekah gezeugt Milka gebar diese acht dem Nahor dem Bruder Abrahams und seine Nebenfrau mit Namen Rehumah gebar auch nämlich Tebach Gaham Tahash und Maacha Kapitel 23 Und Sarah wurde 127 Jahre alt Das sind die Lebensjahre Sarahs Und Sarah starb in Kirjat Arba das ist Hebron im Land Kanaan Da ging Abraham hin um zu klagen um Sarah und sie zu beweinen Danach stand Abraham auf von seiner Toten und redete mit den Söhnen Hetz und sprach Ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch das ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann Da antworteten die Hethiter dem Abraham und sprachen zu ihm Höre uns mein Herr du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns begrabe deine Tote in dem Besten unserer Gräber niemand von uns wird dir sein Grab verweigern damit du deine Tote darin begraben kannst Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes vor den Hethitern und er redete mit ihnen und sprach Wenn es euer Wille ist daß ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begrabe so hört mich und bittet für mich Ephron den Sohn Zuhas daß er mir die Höhle Machpelah gebe die ihm gehört und die am Ende seines Ackers liegt um den vollen Betrag soll er sie mir zum Erb Begräbnis geben in eurer Mitte und Ephron saß mitten unter den Hethitern da antwortete Ephron der Hethiter dem Abraham vor den Söhnen Hetz vor allen die durch das Tor seiner Stadt aus und eingingen und sprach nein mein Herr sondern höre mir zu ich schenke dir den Acker und die Höhle darin schenke ich dir dazu und schenke sie dir vor meinem Volk begrabe deine Tote da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Volkes des Landes und sprach wohl an wenn du geneigt bist so höre mich nimm von mir das Geld das ich dir für den Acker gebe so will ich meine Tote dort begraben Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm mein Herr höre mich das Feld ist vierhundert Schekel Silber wert was ist das schon zwischen mir und dir begrabe nur deine Tote und Abraham hörte auf Ephron und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab wie er vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte nämlich vierhundert Schekel Silber das im Kauf gangbar und gültig war so wurde der Acker Ephrons bei Machpelah der Mamre gegenüberliegt der Acker samt der Höhle die darin ist auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen dem Abraham als Acker in der Höhle des Ackers Machpelah Mamre gegenüber in Hebron im Land Kanaan so wurde der Acker und die Höhle darin dem Abraham von den Hethitern als Erb Begräbnis bestätigt Kapitel 24 Und Abraham war alt und recht betagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses der Verwalter aller seiner Güter war lege doch deine Hand unter meine Hüfte dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kananiter unter denen ich wohne sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst Da sprach der Knecht zu ihm vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen soll ich dann deinen Sohn wieder zurück bringen in das Land aus dem du ausgezogen bist Abraham sprach zu ihm hüte dich meinen Sohn wieder dorthin zu bringen der Herr der Gott des Himmels der mich heraus genommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen und gesagt hat dieses Land will ich deinem Samen geben der wird seinen Engel vor dir her senden daß du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst wenn die Frau dir aber nicht folgen will so bist du entbunden von dem Eid den du mir geschworen hast nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams seines Herrn und schwor ihm in dieser Sache und der Knecht nahm zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und allerlei Güter seines Herrn und er machte sich auf und zog nach Aram Naharayim zu der Stadt Nahors da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern bei einem Wasserbrunnen am Abend zur Zeit da die Jungfrauen herauszugehen pflegten um Wasser zu schöpfen und er sprach O Herr du Gott meines Herrn siehe ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen um Wasser zu schöpfen wenn nun ein Mädchen kommt zu der ich spreche neige doch deinen Krug dass ich trinke und sie spricht trinke und auch deine Kamele will ich tränken so möge sie die die jenige sein die du deinem und es geschah ehe er noch ausgeredet hatte siehe da kam Rebekah heraus die Tochter Betuels der ein Sohn der Milka der Frau Nahors des Bruders Abrahams war und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter sie war aber ein sehr schönes Mädchen eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf da lief der Knecht ihr entgegen und sprach laß mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken und sie sprach trinke mein Herr und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken und als sie ihm zu trinken gegeben hatte sprach sie auch deinen Kamelen will ich schöpfen bis sie genug getrunken haben und sie eilte und lehrte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals zum Brunnen um zu schöpfen und schöpfte für alle seine Kamele und der Mann war erstaunt über sie schwieg aber still bis er erkannt hatte ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht und es geschah als die Kamele alle getrunken hatten da nahm er einen goldenen Ring einen halben schäkel schwer und zwei Armbänder für ihre Hände zehn schäkel gold schwer und sprach sage mir doch wessen Tochter bist du haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten sie sprach zu ihm ich bin die Tochter Betuel des Sohnes der Milka den sie dem Nahor geboren hat und sie sagte weiter zu ihm es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum übernachten da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn und er sprach gelobt sei der Herr der Gott meines Herrn Abraham der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt und die Tochter lief und berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter und Rebecca hatte einen Bruder der hieß Laban und Laban lief rasch zu dem Mann draußen beim Brunnen als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebecca gehört hatte die sprach so hat der Mann zu mir geredet da ging er zu dem Mann und siehe der stand bei den Kamelen am Brunnen und er sprach komm herein du gesegneter des Herrn warum stehst du draußen ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht so führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter und Wasser um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer die mit ihm waren und er setzte ihm zu essen vor er aber sprach ich will nicht essen bevor ich meine Sache vorgetragen habe er antwortete so rede er sprach ich bin ein Knecht Abrahams und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet daß er groß geworden ist denn er hat ihm Schafe und Rinder Silber und Gold Knechte und Mägde Kamele und Esel gegeben dazu hat Sarah die Frau meines Herrn in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren dem hat er alles gegeben was ihm gehört und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanne Anita in deren Land ich wohne sondern ziehe hin zum Haus meines Vaters und zu meinem Geschlecht dort nimm meinem Sohn eine Frau nicht folgen da sprach er zu mir der Herr vor dem ich wandle wird seinen Engel mit dir senden und deinen Weg gelingen lassen dass du meinem Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft und aus dem Haus meines Vaters nimmst nur dann sollst du von dem Eid entbunden sein wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und sie dir diese nicht geben dann bist du von dem Eid entbunden den du mir geschworen hast so kam ich heute zum Wasser brunnen und sprach oh Herr du Gott meines Herrn Abraham wenn du doch gelingen geben wolltest zu meiner reise auf der ich bin siehe ich stehe hier bei dem Wasser brunnen wenn nun eine Jungfrau zum schöpfen heraus kommt und ich spreche gib mir doch aus deinem Krug ein wenig Wasser zu trinken und sie zu mir sagen wird trinke ich will deinen Kamelen auch schöpfen so möge doch diese die Frau sein die der Herr dem Sohn meines Herrn bestimmt hat ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen siehe da kommt Rebekah mit einem Krug auf ihrer Schulter und geht zum Brunnen hinab und schöpft da sprach ich zu ihr gib mir doch zu trinken und sie nahm den Krug sogleich von ihrer Schulter und sprach trinke und ich will deine Kamele auch tränken so trank ich und sie tränkte auch die Kamele und ich fragte sie und sprach wessen Tochter bist du sie antwortete ich bin die Tochter Betuels Bänder an ihre Hände und ich neigte mich und betete an vor dem Herrn und lobte den Herrn den Gott meines Herrn Abraham der mich den rechten Weg geführt hat daß ich seinem Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme wenn ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt so sagt es mir wenn nicht so sagt es mir ebenfalls daß ich mich zur rechten oder zur linken Wände da antworteten Laban und Betuel und sprachen diese Sache kommt von dem Herrn darum können wir nichts gegen dich reden weder böses noch gutes siehe Rebekka ist vor dir nimm sie und ziehe hin damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde wie der Herr geredet hat und es geschah als der Knecht Abrahams ihre Worte hörte da verneigte er sich vor dem Herrn zur Erde und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebekka auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er Kostbarkeiten da aßen und tranken sie er samt den Männern die mit ihm waren und sie blieben dort über Nacht aber am Morgen standen sie auf und er sprach lasst mich zu meinem Herrn ziehen aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen lasst doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben wenigstens zehn danach magst du ziehen da sprach er zu ihnen haltet mich nicht auf denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen lasst mich zu meinem Herrn ziehen da sprachen sie lasst uns das Mädchen rufen und fragen was sie dazu sagt und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr willst du mit diesem Mann ziehen sie antwortete ja ich will mit ihm ziehen so ließen sie Rebekka ihre Schwester ziehen mit ihrer Amme samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr du bist unsere Schwester werde zu viel tausend mal tausenden und dein Same nehme das Tor seiner Feinde in Besitz so machten sich Rebekka und ihre Mägde auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen der mich sieht denn er wohnte im Negev weil Isaak zur Abend Zeit auf das Feld gegangen war um zu beten und er blickte auf und sah und siehe Kamele kamen daher und Rebekka blickte auf und sah Isaak da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht wer ist jener Mann der uns auf dem Feld entgegen kommt der Knecht sprach das ist mein Herr da nahm sie den Schleier und verhüllte sich und der Knecht erzählte dem Isaak alles was er ausgerichtet hatte da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb so wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter Kapitel 25 Und Abraham nahm wieder eine Frau die hieß Ketura die gebar ihm den Simran und den Jokshan den Medan und den Midian den Jeschbak und den Shuach Jokshan aber zeugte den Scheba und den Dedan die Söhne von Dedan aber waren die Assuriter Letusiter und Leumiter und die Söhne Midians waren Eva Efer Henoch Abida und Elda diese alle sind Söhne der Ketura und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak aber den Söhnen die er von den Nebenfrauen hatte gab Abraham Geschenke und schickte sie während er noch lebte von seinem Sohn Isaak weg nach Osten in das Morgenland Dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams die er gelebt hat 175 Jahre und Abraham verschied und starb in gutem Alter alt und lebens satt und wurde zu seinem Volk versammelt und seine Söhne Isaak und Ismail begruben ihn in der Höhle Machpelah auf dem Acker des Ephron des Sohnes Zoas des Hethithers Mamre gegenüber in dem Acker den Abraham von den Hethithern gekauft hatte dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben und es geschah nach dem Tod Abrahams da segnete Gott seinen Sohn Isaak und Isaak wohnte bei bei dem Brunnen des Lebendigen der mich sieht Dies ist die Geschichte Ismaels des Sohnes Abrahams den Hagar Sarahs ägyptischen Markt dem Abraham gebar und dies sind die Namen der Söhne Ismaels nach denen ihre Geschlechter genannt sind der erstgeborene Ismaels Nebajot dann Kedar und Adbeel und Mipsam Mishma Duma Massa Hadad Thema Jetur Nafish und Kedma Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen in ihren Höfen und Zeltlagern zwölf Fürsten nach ihren Geschlechtern und Ismael wurde 137 Jahre alt und er verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt sie wohnten aber von Havilah an bis nach Schur das vor Ägypten liegt und bis nach Assur hin gegenüber von allen seinen Brüdern ließ er sich nieder Dies ist die Geschichte Isaaks des Sohnes Abrahams Abraham zeugte Isaak und Isaak war vierzig Jahre alt als er Rebekah zur Frau nahm die Tochter Betuels des Aramäers aus Paddan Aram die Schwester des Aramäers Laban Isaak aber bat den Herrn für seine Frau denn sie war unfruchtbar und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekah wurde schwanger und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß Da sprach sie wenn es so gehen soll warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen und sie ging hin um den Herrn zu fragen und der Herr sprach zu ihr zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der ältere wird dem Jüngeren dienen Als nun ihre Tage erfüllt waren daß sie gebären sollte siehe da waren Zwillinge in ihrem Leib Der erste der herauskam war rötlich am ganzen Leib wie ein haariger Mantel und man gab ihm den Namen Esau Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus da gab man ihm den Namen Jakob und Isaac war sechzig Jahre alt als sie geboren wurden und als die Knaben groß wurden da wurde Esau ein tüchtiger Jäger ein Mann des freien Feldes Jakob aber war ein sittsamer Mann der bei den Zelten blieb und Isaac hatte den Esau lieb weil ihm das Wildbret mundete Rebekka aber hatte den Jakob lieb und Jakob kochte ein Gericht da kam Esau vom Feld und war erschöpft und Esau sprach zu Jakob hinunterschlingen denn ich bin erschöpft daher gab man ihm den Namen Edom da sprach Jakob verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht und Esau sprach zu Jakob siehe ich muss doch sterben was soll mir das Erstgeburtsrecht Jakob sprach so schwöre mir heute und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht Kapitel 26 es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot die zu Abrahams Zeiten gewesen war und Isaak zog nach Gerar zu Abimelech dem König der Philister Da erschien ihm der Herr und sprach Reise nicht nach Ägypten hinab sondern bleibe in dem Land das ich dir nennen werde Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen den ich deinem Vater Abraham gesporen habe und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und ich will deinem Samen das ganze Land geben und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte meine Gebote meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat so wohnte Isaak in Gerar und als die Leute des Ortes nach seiner Frau fragten da sprach er sie ist meine Schwester denn er fürchtete sich zu sagen sie ist meine Frau weil er dachte die Leute an diesem Ort könnten mich um Rebekkas Willen töten denn sie war sehr schön und es geschah als er sich längere Zeit dort aufhielt da schaute Abimelech der König der Philister durchs Fenster und bemerkte wie Isaak mit seiner Frau Rebekah vertraut scherzte da rief Abimelech den Isaak und sprach siehe sie ist deine Frau wie konntest du sagen sie ist meine Schwester Isaak antwortete ihm ich dachte ich müsste vielleicht sterben um ihret willen Abimelech sprach warum hast du uns das nicht hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau legen können so hättest du eine Schuld auf uns gebracht da gebot Abimelech dem ganzen Volk und sprach wer diesen Mann oder seine Frau antastet der soll gewisslich sterben und Isaak sähte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig denn der Herr segnete ihn und der Mann wurde reich und immer reicher bis er überaus reich war und er hatte Schaf und Rinderherden und eine große Dienerschaft darum beneideten ihn die Philister alle Brunnen aber die die Knechte seines Vaters zu Abrahams seines Vaters Zeiten gegraben hatten hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt und Abimelech sprach zu Isaak geh fort von uns denn du bist uns viel zu mächtig geworden da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gerar und wohnte dort und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten und er nannte sie mit denselben Namen mit denen sein Vater sie benannt hatte auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers aber die Hirten von Gerar stritten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen das Wasser gehört uns da nannte er den Brunnen Esek weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten da gruben sie einen weiteren Brunnen um den stritten sie auch darum nannte er ihn auf und grub einen weiteren Brunnen um den stritten sie sich nicht darum nannte er ihn Rechobot und sprach nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht damit wir fruchtbar sein können im Land von dort zog er hinauf nach Beersheba und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach ich bin der Gott deines Vaters Abraham fürchte dich nicht denn ich bin mit dir dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams meines Knechtes willen da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen und Abimelech kam zu ihm von Gerah mit Ahussat seinem Freund und Pichol seinem Heerführer aber Isaak sprach zu ihnen warum kommt ihr zu mir da ihr mich doch hasst und mich von euch weggetrieben habt sie sprachen wir haben deutlich gesehen daß der Herr mit dir ist darum haben wir uns gesagt es soll ein Eid zwischen uns sein zwischen uns und dir und wir wollen einen Bund mit dir machen daß du uns keinen Schaden zufügst wie wir auch dich nicht angetastet haben und dir nur Gutes taten und dich im Frieden haben ziehen lassen du bist nun einmal der gesegnete des Herrn da bereitete er ihnen einmal und sie aßen und tranken und am morgen früh standen sie auf und schworen einander den Eid da ließ Isaak sie gehen und sie zogen in Frieden von ihm weg und es geschah am selben Tag da kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen den sie gegraben hatten und sprachen zu ihm wir haben Wasser gefunden und er nannte ihn Sheba daher heißt der Ort Beersheba bis zum heutigen Tag als aber Esau vierzig Jahre alt war nahm er Judith zur Frau die Tochter Beris des Hethitas und Basmat die Tochter Elons des Hethitas die bereiteten Isaak und Rebekka viel Herzenskummer Kapitel siebenundzwanzig Und es geschah als Isaak alt war und seine Augen dunkel wurden so dass er nicht mehr sehen konnte da rief er Esau seinen älteren Sohn und sprach zu ihm mein Sohn er aber antwortete ihm hier bin ich und er sprach siehe ich bin alt und weiß nicht wann ich sterbe so nimm nun dein Jagdgerät deinen Köcher und deinen Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Essen wie ich es gern habe und bring es mir herein daß ich esse damit meine Seele dich segne bevor ich sterbe Rebekka aber hörte zu als Isaak diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte und Esau ging aufs Feld um mein Wildbret zu jagen und es heim zu bringen da sprach Rebekka zu ihrem Sohn Jakob siehe ich habe gehört wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht das ich esse und dich segne vor dem Angesicht des Herrn ehe ich sterbe so gehorche nun mein Sohn meiner Stimme und tue was ich dir sage geh hin zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht davon bereite wie er es gern hat das sollst du deinem Vater hineintragen damit er es ist und dich vor seinem Tod segnet Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka siehe mein Bruder Esau ist rau und ich bin glatt vielleicht könnte mein Vater mich betasten da würde ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen so brächte ich einen Fluch über mich und nicht einen Segen da sprach seine Mutter zu ihm dein Fluch sei auf mir mein Sohn gehorche du nur meiner Stimme geh hin und hole es mir da ging er hin und holte es und brachte es seiner Mutter und seine Mutter machte ein schmackhaftes Essen wie es sein Vater gern hatte Rebecca nahm auch die guten Kleider Esaus ihres älteren Sohnes die sie bei sich im Haus hatte und zog sie Jakob ihrem jüngeren Sohn an aber die Felle der Ziegen Böcklein legte sie ihm um die Hände und wo er glatt war am Hals und sie gab das schmackhafte Essen und das Brot das sie bereitet hatte in die Hand ihres Sohnes Jakob und er ging hinein zu seinem Vater und sprach mein Vater er antwortete hier bin ich wer bist du mein Sohn Jakob sprach zu seinem Vater ich bin Esau dein Erstgeborener ich habe getan wie du mir gesagt hast steh doch auf setz dich und iss von meinem Wildbret damit mich deine Seele segne Isak aber sprach zu seinem Sohn mein Sohn wie hast du es so bald gefunden er antwortete der Herr dein Gott ließ es mir begegnen da sprach Isak zu Jakob tritter zu mein Sohn dass ich dich betaste ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht und Jakob trat zu seinem Vater Isak und als er ihn betastet hatte sprach er die Stimme ist Jakobs Stimme aber die Hände sind Esaus Hände aber er erkannte ihn nicht denn seine Hände waren rau wie die Hände seines Bruders Esau und so segnete er ihn und er fragte ihn bist du wirklich mein Sohn Esau er antwortete ja ich bin's da sprach er so bringe es mir her damit ich von dem Wildbret meines Sohnes esse daß dich meine Seele segne da brachte er es ihm und er aß er reichte ihm auch Wein und er trank und Isaak sein Vater sprach zu ihm komm 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 her mein sohn und küsse mich und er trat hinzu und küßte ihn und als er den geruch seiner kleider roch segnete er ihn und sprach siehe der geruch meines sohnes ist wie ein geruch des feldes das der herr gesegnet hat gott gebe dir vom tau des himmels und vom fettesten boden und korn und most in fülle völker sollen dir dienen und geschlechter sich vor dir beugen sei ein herr über deine brüder und die söhne deiner mutter sollen sich vor dir beugen verflucht sei wer dir flucht und gesegnet sei wer dich segnet und es geschah als isaac den segen über jakob vollendet hatte und jakob kaum von seinem vater isaac hinaus gegangen war da kam sein bruder esau von der jagd der machte auch ein schmackhaftes essen und trug es zu seinem vater hinein und sprach zu ihm steh auf mein vater und iss von dem wildbret deines sohnes damit mich deine seele segne da antwortete ihm sein vater isaac wer bist du er sprach ich bin dein sohn esau dein erstgeborener da entsetzte sich isaac über die maßen und sprach wer ist denn der jäger der ein wildbret gejagt und mir aufgetragen hat ich habe von allem gegessen ehe du kamst und habe ihn gesegnet er wird auch gesegnet bleiben als esau diese worte seines vaters hörte schrie er laut auf und wurde über die maßen betrübt und sprach zu seinem vater segne doch auch mich mein vater er aber sprach dein bruder ist mit list gekommen und hat deinen segen weggenommen da sprach er er heißt mit recht jakob denn er hat mich nun zweimal über listet mein erst geburts recht hat er weggenommen und siehe nun nimmt er auch meinen segen und er sprach hast du mir keinen segen zurück behalten da antwortete isaak und sprach zu esau siehe ich habe ihn zum herrn über dich gesetzt und alle seine brüder habe ich ihm zu knechten gegeben mit korn und most habe ich ihn versehen was kann ich nun für dich tun mein sohn esau sprach zu seinem vater hast du denn nur einen segen mein vater segne doch auch mich mein vater und esau erhob seine stimme und weinte da antwortete isaak sein vater und sprach zu ihm siehe fern vom fett der erde wird dein wohnsitz sein und fern vom tau des himmels von oben von deinem schwert wirst du leben und deinem bruder dienen es wird aber geschehen wenn du dich befreien kannst wirst du sein joch von deinem hals reißen und esau wurde dem jakob feind wegen des segens womit sein vater ihn gesegnet hatte und esau sprach in seinem herzen die zeit da man um meinen vater trauern wird ist nicht mehr weit dann will ich meinen bruder jakob umbringen da wurden der rebekka die worte esaus ihres älteren sohnes hinterbracht und sie schickte hin und ließ jakob ihren jüngeren sohn rufen und sprach zu ihm siehe dein bruder esau will an dir rache nehmen und dich töten und nun gehorche meiner stimme mein sohn mache dich auf und flieh zu meinem bruder labern nach haran und bleib eine zeit lang bei ihm bis sich der grimm deines bruders gelegt hat und bis sich sein zorn von dir wendet und er vergisst was du ihm angetan hast so will ich dann nach dir schicken und dich von dort holen lassen warum sollte ich an einem tag euch beide verlieren und rebekah sprach zu isaac mir ist das leben verleidet wegen der töchter hetz wenn jakob eine frau nimmt von den töchtern hetz wie diese da von den töchtern des landes was soll mir dann das leben kapitel 28 da rief isaac den jakob segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm nimm keine frau von den töchtern kanaans mache dich auf und zieh nach padan aram in das haus betuels des vaters deiner mutter und nimm dir von dort eine frau von den töchtern labans des bruders deiner mutter und gott der allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich daß du zu einer menge von völkern werdest und er gebe dir den segen abrahams das gott dem abrahams gegeben hat so entließ isaac den jakob und er zog nach padan aram zu labern dem sohn betuels dem aramäer dem bruder der rebecca der mutter jakobs und esaus als nun esau sah daß isaac den jakob gesegnet und ihn nach padan aram entlassen hatte damit er sich von dort eine frau hole und dass er als er ihn segnete ihm gebot und sprach du sollst keine frau von den töchtern kanaans nehmen und dass jakob seinem vater und seiner mutter gehorsam war und nach padan aram zog als esau auch sah dass isaac sein vater die töchter kanaans nicht gerne sah da ging esau hin zu ismail und nahm zu seinen frauen noch mahalat als frau hinzu die tochter ismaels des sohnes abrahams die schwester nebajuts jakob aber zog von beersheba aus und wanderte nach haran und er kam an einen ort wo er über nacht blieb denn die sonne war unter gegangen und er nahm von den steinen jenes orts und legte sie unter sein haupt und legte sich an dem ort schlafen und er hatte einen traum und siehe eine leiter war und siehe auf ihr stiegen die engel gottes auf und nieder und siehe der herr stand über ihr und sprach ich bin der herr der gott deines vaters abraham und der gott isaaks das land auf dem du liegst will ich dir und deinem samen geben und dein same soll werden wie der staub der erde und nach westen osten Norden und süden sollst du schlechter der erde und siehe ich bin mit dir und ich will dich behüten überall wo du hin ziehst und dich wieder in dieses land bringen denn ich will dich nicht verlassen bis ich vollbracht habe was ich dir zugesagt habe als nun jakob von seinem schlaf erwachte sprach er wahrlich der herr ist an diesem ort und ich wußte es nicht und er fürchtete sich und sprach wie furchtgebietend ist diese stätte hier ist nichts anderes als das haus gottes und dies ist die pforte des himmels und jakob stand am morgen früh auf und nahm den stein den er unter sein haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem gedenkstein und goss öl auf seine spitze und er gab diesem ort den namen betel zuvor aber hieß die stadt lus und jakob legte ein gelübde ab und sprach wenn gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem weg den ich gehe und mir brot zu essen geben wird und kleider anzuziehen und mich wieder mit frieden heim zu meinem vater bringt so soll der herr mein gott sein und dieser stein den ich als gedenkstein aufgerichtet habe soll kapitel 29 da machte sich jakob wieder auf den weg und ging ins land der söhne des ostens und er sah sich um und siehe da war ein brunnen auf dem feld und siehe drei herden schafe lagen dabei denn von dem brunnen mußten die herden trinken und ein großer stein lag über der öffnung des brunnens und sie pflegten alle herden dort zu versammeln und den stein von der öffnung des brunnens weg zu wälzen und die schafe zu tränken und dann brachten sie den stein wieder an seinen ort über die öffnung des brunnens und jakob sprach zu ihnen meine brüder woher seid ihr sie antworteten wir sind von haran er sprach zu ihnen kennt ihr auch laban den sohn nahors sie antworteten wir kennen ihn wohl er sprach zu ihnen geht es ihm gut sie antworteten es geht ihm gut und siehe da kommt seine tochter rahel mit den schafen er sprach siehe es ist noch heller tag und noch nicht zeit das vieh einzutreiben tränkt die schafe und geht hin weidet sie sie antworteten wir können es nicht ehe alle herden zusammen gebracht sind und sie den Stein von der öffnung des brunnens wälzen dann können wir die schafe tränken als er noch mit ihnen redete kam rahel mit den schafen ihres vaters denn sie war eine hirtin und es geschah als jakob rahel sah die tochter labans des bruders seiner mutter und die schafe labans des bruders seiner mutter da trat er hinzu und wälzte den Stein von der öffnung des brunnens und tränkte die schafe labans des bruders seiner mutter und jakob küßte rahel und erhob seine stimme und weinte da sagte jakob der rahel daß er der bruder ihres vaters und der sohn der rebekka sei da lief sie und sagte es ihrem vater und es geschah als laban die nachricht von jakob dem sohn seiner schwester hörte da lief da erzählte er laban diese ganze geschichte da sprach laban zu ihm fürwahr du bist mein gebein und mein fleisch und er blieb bei ihm einen monat lang danach sprach laban zu jakob solltest du mir darum umsonst dienen weil du mein neffe bist sage mir was soll dein lohn sein laban aber hatte zwei töchter die ältere hieß leah und die jüngere rahel und leah hatte matte augen rahel aber hatte eine schöne gestalt und ein schönes angesicht und jakob liebte rahel und so sprach er ich will dir sieben jahre lang dienen um rahel deine jüngere tochter da antwortete laban es ist besser ich gebe sie dir als einem anderen so diente jakob um rahel sieben jahre lang und sie kamen ihm vor wie einzelne tage so lieb hatte er sie und jakob sprach zu laban gib mir meine frau daß ich zu ihr eingehe denn meine zeit ist erfüllt da lud laban alle leute des ortes ein und machte ein mal und es geschah am abend da nahm er seine tochter leah und brachte und laban gab seine magd silpa seiner tochter leah zur magd am morgen aber siehe da war es leah und er sprach zu laban warum hast du mir das getan habe ich dir nicht um rahel gedient warum hast du mich denn betrogen laban antwortete es ist nichts sitte in unserem ort daß man die jüngere vor der älteren weggibt vollende die hochzeitswoche mit noch weitere sieben jahre lang leisten sollst und jakob machte es so und vollendete die hochzeitswoche mit dieser da gab er ihm rahel seine tochter zur frau und laban gab seiner tochter rahel seine magd bilha zur magd so ging er auch zu rahel ein und er hatte rahel lieber als leah und er diente ihm noch weitere sieben jahre lang als aber der herr sah daß leah verschmäht war da öffnete er ihren mutterschoß rahel aber war unfruchtbar und leah wurde schwanger und gebar einen sohn dem gab sie den namen ruben denn sie sprach weil der herr mein elend angesehen hat so wird mich nun mein man lieb gewinnen und sie wurde wieder schwanger und gebar einen sohn und sprach weil der herr gehört hat daß ich verschmäht bin so hat er mir auch diesen gegeben und sie gab ihm den namen simeon und sie wurde wieder schwanger und gebar einen sohn und sprach nun wird mein man mir anhänglich sein denn ich habe ihm drei söhne geboren darum gab man ihm den namen levi und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen sohn und sprach nun will ich den herrn preisen darum gab sie ihm den namen juda und sie hörte auf mit gebären kapitel 30 als aber rahel sah dass sie dem jakob keine kinder gebar wurde sie eifersüchtig auf ihre schwester und sprach zu jakob schaffe mir kinder wenn nicht so sterbe ich jakob aber wurde sehr zornig auf rahel und sprach bin ich denn an Gottes stelle der dir leibes frucht versagt sie aber sprach sie da ist meine magt bilha gehe zu ihr ein daß sie in meinen schoß gebäre und ich doch durch sie nachkommen erhalte und sie gab ihm ihre magt bilha zur frau und jakob ging zu ihr ein bilha aber wurde schwanger und gebar dem jakob einen sohn da sprach rahel gott hat mir recht verschafft und meine stimme erhört und mir einen sohn gegeben darum gab sie ihm den namen dan und bilha die magt rahels wurde nochmals schwanger und gebar dem jakob einen zweiten sohn da sprach rahel kämpfe gottes habe ich mit meiner schwester gekämpft und habe auch gewonnen darum gab sie ihm den namen naftali als nun leah sah dass sie aufgehört hatte zu gebären nahm sie ihre magt silpa und gab sie jakob zur frau und silpa leahs magt gebar dem jakob einen sohn da sprach leah ich habe glück und sie gab ihm den namen gatt danach gebar silpa leahs magt dem jakob einen zweiten sohn da sprach leah wohl mir die töchter werden mich glücklich preisen und sie gab ihm den namen asser ruben aber ging aus zur zeit der weizenernte und fand alraunen früchte auf dem feld und brachte sie heim zu seiner mutter leah da sprach rahel zu leah gib mir einen teil der alraunen früchte deines sohnes sie antwortete ihr ist das nicht genug dass du mir meinen mann genommen hast und willst du auch die alraunen früchte meines sohnes nehmen rahel sprach er soll dafür diese nacht bei dir schlafen zum entgelt für die alraunen früchte deines sohnes als nun jakob am abend vom feld kam ging ihm leah entgegen und sprach du sollst zu mir kommen denn ich habe dich erkauft um die alraunen früchte meines sohnes und er schlief in jener nacht bei ihr und gott erhörte leah und sie wurde schwanger und gebar dem jakob den fünften sohn da sprach leah gott hat es mir gelohnt daß ich meinem mann meinen markt gegeben habe und sie gab ihm den namen issaschah und leah wurde noch einmal schwanger und gebar dem jakob den sechsten sohn und leah sprach gott hat mich mit einer guten gabe beschenkt nun wird mein mann wieder bei mir wohnen denn ich habe ihm sechs söhne geboren und sie gab ihm den namen sebulon danach gebar sie eine tochter der sie den namen dinah gab aber gott gedachte an rahel und gott erhörte sie und öffnete ihren mutterschoß und sie wurde schwanger und gebar einen sohn und sprach gott hat meine schmach von mir genommen und sie gab ihm den namen josef und sprach der herr wolle mir noch einen sohn dazugeben und es geschah als rahel den josef geboren hatte da sprach jakob zu labern entlasse mich daß ich an meinen ort und in mein land ziehe gib mir meine frauen und kinder um die ich dir gedient habe daß ich gehen kann denn du weißt welche dienste ich dir geleistet habe labern antwortete ach daß ich doch in deinen augen gnade fände ich habe es geahnt und doch hat mich der herr um deinet willen gesegnet und er sprach bestimme mir deinen lohn so will ich ihn dir geben jakob sprach du weißt wie ich dir gedient habe und was aus deinem vieh unter meiner pflege geworden ist denn es war wenig was du vor meiner ankunft hattest nun aber hat es sich gewaltig vermehrt und der herr hat dich gesegnet seit ich her gekommen bin und nun wann soll ich auch für mein haus sorgen er sprach was soll ich dir denn geben jakob sprach du brauchst mir gar nichts zu geben wenn du mir nur tun willst was ich jetzt sage so will ich deine herden wieder weiden und hüten ich will heute durch alle deine herden gehen und du sollst daraus alle gesprengelten und gefleckten schafe absondern auch alle schwarzen unter den schafen und alle gefleckten und gesprengelten ziegen und das soll mein lohn sein so wird dann meine gerechtigkeit für mich sprechen am künftigen tag vor deinen augen wenn du wegen meines lohnes kommst alles was bei mir weder gesprengelt noch gefleckt ist unter den ziegen und was nicht schwarz ist unter den schafen das soll als gestohlen gelten da sprach labern gut es sei so wie du gesagt hast und er sonderte noch am gleichen tag die gestreiften und gefleckten böcke aus und alle gesprengelten und gefleckten ziegen alles woran etwas weißes war und alles was schwarz war unter den schafen und tagereisen zwischen sich und jakob jakob aber weidete die übrige herde laberns da nahm jakob frische ruten von pappeln mandel und platanen bäumen und schälte weiße streifen daran indem er das weiße an den ruten bloß legte und er legte die ruten die er abgeschält hatte in die tränk rinnen in die wassertränken wohin die herde zum trinken kam gerade vor die tiere hin sie waren aber brünstig als sie zur tränke kamen so empfingen sie angesichts der ruten und sie warfen gestreifte gesprenkelte und gefleckte die lämmer aber sonderte jakob ab und richtete die tiere gegen die gefleckten und schwarzen in der herde laberns aus und er machte sich besondere herden und tat sie nicht zu laberns tieren brünstig wurden legte jakob die ruten in die tränkrinnen vor die augen der tiere damit sie über den ruten empfingen wenn aber die schwachen brünstig wurden legte er sie nicht hinein so erhielt labern die schwachen und jakob die starken und der mann wurde außerordentlich reich und bekam viele herden mägde und knechte kamele und esel kapitel einunddreißig er hörte aber die reden der söhne laberns die sagten jakob hat alles genommen was unserem vater gehört und mit dem was unserem vater gehört hat er sich all diesen reichtum verschafft und jakob sah dass laberns angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher da sprach der herr zu jakob kehre zurück in das land deiner väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit rufen und sprach zu ihnen ich sehe daß das angesicht eures vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher aber der gott meines vaters ist mit mir gewesen und ihr wisst wie ich eurem vater gedient habe mit meiner ganzen kraft euer vater aber hat mich betrogen und mir meinen lohn zehnmal geändert doch hat es gott nicht zugelassen daß er mir schaden durfte wenn er sagte die gesprengelten sollen dein lohn sein so warf die ganze herde gesprengelte sagte er aber die gestreiften sollen dein lohn sein so warf die ganze herde gestreifte so hat gott eurem vater die herde genommen und sie mir gegeben es geschah nämlich zu der zeit wo die tiere brünstig werden daß ich meine augen aufhob und im traum schaute und siehe die böcke die herde besprangen waren gestreift gesprengelt und schäckig und der engel gottes sprach zu mir im traum jakob und ich antwortete hier bin ich er aber sprach hebe doch deine augen auf und sieh alle böcke welche die schafe bespringen sind gestreift gesprengelt und schäckig denn ich habe alles gesehen was dir labern antut ich bin der Gott von salbt und mir ein gelübde abgelegt hast nun mache dich auf geh hinaus aus diesem land und kehre zurück in das land deiner geburt da antworteten rahel und leah und sprachen zu ihm haben wir auch noch ein teil oder erbe im haus unseres vaters werden wir nicht von ihm angesehen als wären wir fremd er hat uns ja verkauft und sogar unser gelt ganz verzehrt darum gehört auch all der reichtum den gott unserem vater genommen hat uns und unseren kindern so tue du nun alles was gott dir gesagt hat da machte sich jakob auf und lud seine kinder und seine frauen auf kamele und er führte all sein vieh weg und seine ganze habe die er erworben hatte seine eigene herde die er in padan aram erworben hatte um zu seinem vater isaac ins land kana anzuziehen laban aber war weg gegangen um seine schafe zu scheren und rahel stahl die teraphim die ihrem vater gehörten jakob aber täuschte laban den aramäer indem er ihm nicht mitteilte daß er fliehen wollte und er machte sich auf entfloh mit allem was er hatte und setzte über den euphrat und wandte sein angesicht dem bergland von gilead zu am dritten tag wurde laban gemeldet daß jakob geflohen sei da nahm er seine brüder mit sich und jagte ihm nach sieben tagereisen weit und er holte ihn ein auf dem bergland von gilead aber gott kam nachts im traum zu laban dem aramäer und sprach zu ihm hüte dich davor mit jakob anders als laban den jakob einholte hatte jakob sein zelt auf dem bergland aufgeschlagen da schlug auch laban mit seinen brüdern sein zelt auf dem bergland von gilead auf und laban sprach zu jakob was hast du getan daß du mich getäuscht und meine töchter entführt hast als söhne und töchter küssen lassen da hast du töricht gehandelt es stünde in meiner macht euch schlimmes anzutun aber der gott eures vaters hat gestern zu mir gesagt hüte dich daß du mit jakob anders als freundlich redest und nun bist du gegangen weil du dich so sehr sehnt ist nach dem Haus deines vaters warum hast du aber meine Götter gestohlen da antwortete jakob und sprach zu labern ich fürchtete mich denn ich sagte mir du könntest mir deine töchter entreißen was aber deine götter betrifft derjenige bei dem du sie findest soll nicht am leben bleiben in gegenwart unserer brüder sieh dir alles an was bei mir ist und nimm es dir jakob wusste nämlich nicht dass Rahel sie gestohlen hatte da ging labern in jakobs zelt und in leas zelt und in das zelt der beiden mägde fand aber nichts und von leas zelt ging er in rahels zelt rahel aber hatte die teraphim genommen und sie in den kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt und labern durchsuchte das ganze zelt fand sie aber nicht da sprach sie zu ihrem vater mein herr möge nicht so grimmig rein sehen weil ich vor dir nicht aufstehen kann es geht mir eben nach der weise der frauen er aber suchte eifrig und fand die teraphim nicht da wurde jakob zornig und stritt mit labern und jakob antwortete und sprach zu ihm was habe ich verbrochen was habe ich gesündigt dass du mir so hitzig nachgejagt bist da du nun allen meinen hausrat durchstöbert hast was hast du von all deinem hausrat gefunden lege es hier vor meine und deine brüder damit sie schlichten zwischen uns diese zwanzig jahre bin ich bei dir gewesen deine mutterschafe und ziegen wurden nie ihrer jungen beraubt und die widder deiner herde habe ich nicht gegessen was zerrissen wurde habe ich dir nicht gebracht ich musste es ersetzen du hast es von meiner hand gefordert ob es bei tag oder bei nacht geraubt war es ging mir so am tag verschmachtete ich vor hitze und in der nacht vor frost und der schlaf floh von meinen augen diese zwanzig jahre lang habe ich dir in deinem haus gedient vierzehn jahre um deine beiden töchter und sechs jahre um deine schafe und du hast mir meinen lohn zehnmal verändert wenn nicht der gott meines vaters für mich gewesen wäre der gott abrahams und der den isaac fürchtet du hättest mich gewiss jetzt leer ziehen lassen aber gott hat mein elend und die arbeit meiner hände angesehen und hat gestern nacht recht gesprochen laban antwortete und sprach zu jakob die töchter sind meine töchter und die kinder sind meine kinder und die herden sind meine herden und alles was du siehst gehört mir doch was kann ich heute diesen meinen töchtern tun oder ihren kindern die sie geboren haben komm wir wollen nun einen bund machen ich und du der soll ein zeuge sein zwischen mir und dir da nahm jakob einen stein und stellte ihn als denkmal auf und jakob sprach zu seinen brüdern sammelt steine da nahmen sie steine und errichteten einen steinhaufen und aßen dort auf dem steinhaufen und laban nannte ihn jäger sahaduta jakob aber nannte ihn gal et und laban sprach dieser steinhaufen sei heute zeuge zwischen mir und dir darum wird er gal et genannt und mit spah weil er sprach der herr wache zwischen mir und dir wenn wir einander nicht mehr sehen wenn du meine töchter schlecht behandelst und wenn du zu meinen töchtern hinzu andere frauen nimmst und kein mensch dazwischen tritt siehe so ist doch gott zeuge zwischen mir und dir weiter sprach laban zu jakob siehe dieser steinhaufen und dieses denkmal das ich errichtet habe zwischen mir und dir dieser steinhaufen sei zeuge und dieses denkmal ein zeugnis dafür dass ich niemals über diesen steinhaufen hinaus zu dir kommen will und dass auch du niemals in böser absicht über diesen steinhaufen oder über dieses denkmal hinaus zu mir kommen sollst der gott abrahams und der gott nahors sei richter zwischen uns der gott ihres vaters jakob aber schwor bei dem den sein vater isaac fürchtete und jakob brachte ein opfer da auf dem berg und lud seine brüder ein zu essen und sie aßen und übernachteten auf dem berg kapitel 32 und laban stand am morgen früh auf küßte seine enkel und seine töchter und segnete sie dann ging er und kehrte wieder an seinen ort zurück jakob aber ging seines weges da begegneten ihm engel gottes und als er sie sah sprach jakob das ist das herlager gottes und er gab jenem ort den namen mahanaim und jakob sandte boten vor sich her zu seinem bruder esau ins land seir in das gebiet von edom diesen gebot er und sprach so sollt ihr zu meinem herrn esau sagen so spricht dein knecht jakob ich bin bei laban in der fremde gewesen und habe mich bisher bei ihm aufgehalten und ich habe rinder esel und schafe knechte und mägde erworben und ich sende nun boten um es meinem herrn zu berichten damit ich gnade finde vor deinen augen und die boten kehrten wieder zu jakob zurück und berichteten ihm wir sind zu deinem bruder esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen und vierhundert Mann mit ihm da fürchtete sich jakob sehr rinder und kamele in zwei lager denn er sprach wenn esau das eine lager überfällt und es schlägt so kann doch das übrig gebliebene lager entkommen und jakob sprach du gott meines vaters abraham und gott meines vaters isaac herr der du zu mir gesagt hast kehre wieder in dein land und zu deiner verwandtschaft zurück ich und nun bin ich zu zwei heer lagern geworden errette mich doch aus der hand meines bruders aus der hand esaus denn ich fürchte ihn er könnte kommen und mich erschlagen die mutter samt den kindern du aber hast gesagt ich will dir gewißlich wohltun und deinen samen machen wie den sand am meer der vor menge nicht zu zählen ist und er brachte die nacht dort zu und nahm von dem was er erworben hatte als geschenk für seinen bruder esau zweihundert ziegen zwanzig böcke zweihundert mutterschafe zwanzig widder sowie dreißig säugende kamele mit ihren füllen vierzig kühe und zehn stiere zwanzig eselinnen und zehn esels hengste und er gab sie in die hand seiner knechte jede herde besonders und sprach zu seinen knechten geht vor mir hinüber und lasst raum zwischen den einzelnen herden und er befahl dem ersten und sprach wenn mein bruder esau dir begegnet und dich fragt wem gehörst du und wo willst du hin und wem gehört das was du vor dir hertreibst so sollst du antworten deinem knecht jakob es ist ein geschenk das er seinem herrn esau sendet und siehe er kommt so sollt ihr mit esau reden wenn er ihn antrefft und ihr sollt sagen siehe dein knecht jakob kommt auch hinter uns her denn er dachte ich will sein angesicht günstig stimmen mit dem geschenk das vor mir hergeht danach will ich sein angesicht sehen vielleicht wird er mich gnädig ansehen und das geschenk zog vor ihm hinüber er aber blieb in jener Nacht im Lager er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabbok und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles was er hatte hinüber gehen Jakob aber blieb allein zurück da rang ein Mann mit ihm bis die Morgenröte anbrach und als dieser sah dass er ihn nicht bezwingen konnte da rührte er sein Hüftgelenk an so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm und der Mann sprach lass mich gehen denn die Morgenröte bricht an Jakob aber sprach ich lasse dich nicht es sei denn du segnest mich da fragte er ihn was ist dein Name er antwortete Jakob da sprach er dein Name soll nicht mehr Jakob sein sondern Israel denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen Jakob aber bat und sprach lass mich doch deinen Namen wissen er aber antwortete warum fragst du nach meinem Namen und er segnete ihn dort Jakob aber nannte den denn er sprach ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden und die Sonne ging ihm auf als er an Pniel vorüber zog und er hinkte wegen seiner Hüfte darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht die über das Hüftgelenk läuft weil er Jakobs Hüftgelenk die Hüftsehne angerührt hat Kapitel 33 und Jakob erhob seine Augen und schaute und siehe Esau kam heran und vierhundert Mann mit ihm da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern danach und Rahel mit Josef zuletzt Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich siebenmal zur Erde bis er nahe zu seinem Bruder kam Da lief ihm Esau entgegen umarmte ihn fiel ihm um den Hals und küßte ihn und sie weinten Als aber Esau seine Augen erhob sah er die Frauen und die Kinder und sprach gehören diese dir er antwortete es sind die Kinder mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat Da traten die Mägde her zusammen ihren Kindern und verneigten sich Auch Lea kam herbei mit ihren Kindern und sie verneigten sich Danach kam Josef mit Rahel herbei und auch sie verneigten sich Und er fragte Was willst du denn mit jenem ganzen Heer dem ich begegnet bin Jakob antwortete Ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn Esau antwortete Ich habe genug mein Bruder behalte was du hast Jakob antwortete Oh nein Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen als sähe ich Gottes Angesicht und du warst so freundlich gegen mich nimm doch den Segen der dir überbracht worden ist von mir an denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen so drang er in ihn dass er es annehmen sollte und Esau sprach lass uns aufbrechen und gehen ich will neben dir her ziehen er aber antwortete mein Herr weiß dass die Kinder noch zart sind dazu habe ich säugende Schafe und Kühe bei mir wenn sie einen einzigen Tag übertrieben würden so würde mir die ganze Herde sterben mein Herr möge doch seinem Knecht voraus gehen ich aber will gemächlich hinten nach ziehen wie eben das Vieh vor mir her und die Kinder gehen können bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme da sprach Esau so will ich doch einige von meinen Leuten bei dir lassen aber er sprach wozu das wenn ich nur Gnade finde vor den Augen meines Herrn so kehrte Esau am gleichen Tag wieder nach Seir zurück Jakob aber brach auf nach Sukkot und baute sich dort ein Haus und errichtete für seine Herden Hütten daher wurde der Ort Sukkot genannt und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem die im Land Kana anliegt nachdem er aus Paddan Aram gekommen war und er lagerte sich der Stadt gegenüber und er kaufte das Grundstück auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte von der Hand der Söhne Hemors des Vaters Sichems für hundert Kisita und er errichtete dort einen Altar den nannte er Gott der Gott Israels Kapitel 34 Dina aber Leas Tochter die sie dem Jakob geboren hatte ging aus um die Töchter des Landes zu sehen als als sichem der sohn des hevitischen Landes Fürsten Hemor sie sah nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr gewalt an und seine Seele hing an Dina der Tochter Jakobs und er gewann das Mädchen lieb und redete ihr zu und sichem sprach zu seinem Vater Hemor nimm mir dieses Mädchen zur Frau Jakob aber hatte vernommen dass man seine Tochter Dina entehrt hatte weil aber seine Söhne beim Vieh auf dem Feld waren schwieg er bis sie kamen und Hemor der Vater Sichems kam zu Jakob um mit ihm zu reden als aber die Söhne Jakobs dies hörten kamen sie vom Feld und die Männer waren schwer beleidigt und sehr entrüstet dass man eine solche Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte denn dies durfte man nicht tun Hemor aber redete mit ihnen und sprach mein Sohn Sichem hängt an eurer Tochter gebt sie ihm doch zur Frau verschwägert euch mit uns gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter bleibt bei uns das Land soll euch offen stehen siedelt euch an treibt Handel darin und erwerbt Grundbesitz und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern lasst mich Gnade finden vor euren Augen was ihr von mir fordert das will ich geben ihr könnt von mir noch so viel heirats gaben und Geschenke verlangen ich will es geben sobald ihr es fordert gebt mir nur das Mädchen zur Frau da antworteten die Söhne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hemor in trügerischer Weise weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte und sie sprachen zu ihnen wir können das nicht tun dass wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben denn das wäre eine Schande für uns nur unter einer Bedingung können wir eurem Wunsch entsprechen dass ihr nämlich werdet wie wir indem ihr alles was männlich ist beschneiden lasst dann wollen wir euch unsere Töchter geben und uns eure Töchter nehmen und mit euch zusammen wohnen und zu einem Volk werden wollt ihr aber nicht auf uns hören dass ihr euch beschneiden lasst so nehmen wir unsere Tochter und gehen ihre Rede gefiel Hemor und seinem Sohn Sichem gut und der junge Mann zögerte nicht dies zu tun denn ihm gefiel die Tochter Jakobs und er war der angesehenste vom Haus seines Vaters als nun Hemor und sein ihrer Stadt und sprachen diese Leute meinen es gut mit uns sie sollen im Land wohnen und darin Handel treiben hat doch das Land Raum genug für sie wir wollen uns ihre Töchter zu Frauen nehmen und ihnen unsere Töchter geben nur das verlangen sie von uns wenn sie unter uns wohnen und sich mit uns zu einem Volk verschmelzen sollen dass wir alles was unter uns männlich ist beschneiden gleich wie auch sie beschnitten sind ihre Herde und ihre Habe und all ihr Vieh werden dann uns gehören lasst uns nur ihrem Wunsch entsprechen damit sie bei uns bleiben da hörten alle auf Hemor und seinen Sohn Sichem die im Tor seiner Stadt aus und eingingen und alles was männlich war wurde beschnitten alle die im Tor seiner Stadt aus und eingingen es geschah aber am dritten Tag als sie wundkrank waren da nahmen die beiden Söhne Jakobs Simeon und Levi Dinas Brüder jeder sein Schwert und drangen überraschend in die Stadt ein und brachten alles männliche um auch Hemor und dessen Sohn Sichem töteten sie mit der Schärfe des Schwertes und sie holten Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon die Söhne Jakobs ihre Schafe Rinder und Esel nahmen sie samt allem was in der Stadt und auf dem Feld war dazu ihre ganze Habe alle ihre Kinder und Frauen nahmen sie gefangen und raubten alles was in den Häusern war Jakob aber sprach zu Simeon und Levi ihr bringt mich ins Unglück dadurch dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes bei den Kananitern und Feresitern da ich doch nur wenig Leute habe sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus sie aber antworteten soll man denn unsere Schwester wie eine Hure behandeln und Gott sprach zu Jakob mache dich auf zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott der dir erschienen ist als seinem Bruder Esau geflohen bist da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen die bei ihm waren tut die fremden Götter von euch weg die in eurer Mitte sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider so wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinauf ziehen daß ich dort einen Altar errichte für den Gott der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der alle fremden Götter aus die in ihren Händen waren samt den Ringen die sie an ihren Ohren trugen und Jakob verbarg sie unter der Terebinte die bei Sichem steht danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte so daß sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten als nun Jakob er und das ganze Volk das bei ihm waren nach Klus kamen das ist Bethel das im Land Kana anliegt da baute er dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte als er vor seinem Bruder floh da starb Deborah die Amme der Rebekah und wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche die man Klage Eiche nennt und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal seitdem Gott sprach zu ihm dein Name ist Jakob aber du sollst nicht mehr Jakob heißen sondern Israel soll dein Name sein und so gab er ihm den Namen Israel und Gott sprach zu ihm ich bin Gott der Allmächtige sei fruchtbar und mehre dich ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Länden hervorgehen das Land aber das was ich Abraham und Isaak gegeben habe das will ich dir und deinem Samen nach dir geben und Gott erhob sich von ihm an dem Ort wo er mit ihm geredet hatte da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort wo er mit ihm geredet hatte einen Gedenkstein und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber und Jakob gab dem Ort wo Gott mit ihm geredet hatte den Namen Bethel danach brachen sie von Bethel auf und als sie nur noch ein Stück Weg bis Ephrath zu gehen hatten gebar Rahel und sie hatte eine schwere Geburt als sie aber die Geburt so schwer wurde sprach die Hebamme fürchte dich nicht du hast auch diesmal einen Sohn und es geschah als ihr die Seele entschwand weil sie am sterben war da gab sie ihm den Namen Ben-Uni sein Vater aber nannte ihn Benjamin und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrath das ist Bethlehem und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab das ist Rahels Grab mal geblieben bis zu diesem Tag und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturmes auf und es geschah als Israel in dem Land wohnte da ging Ruben hin und lag bei Bilha der Nebenfrau seines Vaters und Israel erfuhr es Jakob aber hatte zwölf Söhne die Söhne Leas waren diese Ruben der erstgeborene Sohn Jakobs und Simeon und Levi und Judah und Issachar und Sebulon die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin die Söhne Bilhas der Magd Rahels Dan und Naphtali Die Söhne Silpas der Magd Leas Gad und Asser Das sind die Söhne Jakobs die ihm in Paddan Aram geboren wurden Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre bei Kirjad Arbar das ist Hebron wo Abraham und Isaak als Fremdlinge geweilt hatten Und Isaak wurde einhundert achtzig Jahre alt Und Isaak verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt alt und lebens satt Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn Kapitel 36 Dies ist die Geschichte Esaus das ist Edom Esau nahm seine Frauen von den Töchtern Kanaans Ada die Tochter Elons des Hethitas und Oholibama die Tochter der Ana der Tochter Zibions des Hevitas dazu Basmat die Tochter Ismaels Nebajots Schwester Und Ada gebar dem Esau den Eliphas Aber Basmat gebar den Reguel Oholibama gebar Jehus und Jaelam und Korah Das sind die Söhne Esaus die ihm im Land Kanaan geboren wurden Und Esau nahm seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses auch seine Habe und all sein Vieh und alle Güter die er im Land Kanaan erworben hatte und zog von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land denn ihre Habe war zu groß so dass sie nicht beieinander wohnen konnten und das Land in dem sie Fremdlinge waren konnte sie wegen ihrer Herden nicht ertragen so wohnte es auf dem bergland von se ihr es das ist edom dies ist das geschlecht es des vaters der edomiter auf dem bergland von se ihr und dies sind die namen der söhne es es elifas der sohn adas der frau es es reguel der sohn basmats der frau es es die söhne des elifas aber waren diese teman omar cepho gaetam und kenas und timna war eine nebenfrau des elifas des sohnes es es die gebar dem elifas den amalek das sind die söhne von ada der frau es aber die söhne reguels sind diese nachat serach shama und missa das sind die söhne von basmat der frau es die söhne aber von ohulibama der frau es der tochter der anah der tochter zibeons die sie esau gebar sind diese jehus jaelam und korah das sind die fürsten unter den söhnen esaus die söhne des elifas des ersten sohnes esaus waren diese der fürst theman der fürst omar der fürst zefu der fürst kenas der fürst korah der fürst gaetam der fürst amalek das sind die fürsten von elifas im land edom das sind die söhne der ader und das sind die söhne reguels des sohnes esaus der fürst nachat der fürst serach der fürst schammer der fürst misser das sind die fürsten von reguel im land edom das sind die söhne der basmat der frau esaus dies sind die söhne ohulibamas der frau esaus der fürst jehus der fürst jaelam der fürst korah das sind die fürsten von ohulibama der tochter der aner der frau esaus das sind die söhne esaus und ihre fürsten das ist edom die söhne seiers aber des horitas die im land wohnten sind diese lothan schobal zibeon anah dishon etzer und dischan das sind die fürsten der horiter die söhne des seir im land edom aber lothans söhne waren diese hori und hemam und lothans schwester hieß timna die söhne schobals waren diese alwan manachat ebal chefo und onam die söhne zibeons waren aya und anah das ist jener anah der in der wüste die heißen quellen fand als er die esel seines vaters zibeon hütete die kinder anahs waren dishon und ohulibama diese ist die tochter anahs die söhne dishons waren hemdan espan jitran und keran die söhne esers waren bilhan saavan und akan die söhne dishons waren utz und aran das sind die fürsten der horiter der fürst lothan der fürst schobal der fürst zibeon der fürst ana der fürst dishon der fürst etza der fürst dishan das sind die fürsten der horiter nach ihren fürstentümern im land seh ihr die könige aber die im land edom regiert haben bevor ein könig über die kinder israels regierte sind diese bela der sohn beors war könig in edom und der name seiner stadt war din haba als bela starb wurde jobab der sohn serachs aus botsra könig an seiner stelle als jobab starb wurde huscham aus dem land der themaniter könig an seiner stelle als huscham starb wurde an seiner stelle hadad der sohn bedats könig der die midianiter im gebiet von moab schlug und der name seiner stadt war avid als hadad starb wurde sammler von masrika könig an seiner stelle als sammler starb wurde saul von rechoboth am strom könig an seiner stelle als saul starb wurde baal hanan der sohn achbors könig an seiner stelle als baal hanan der sohn achbors starb wurde hadar könig an seiner stelle und der name seiner stadt war pagu und der name seiner frau war mehetabeel eine tochter matrez der tochter mesahabs und dies sind die namen der fürsten von esau nach ihren geschlechtern orten und namen der fürst von timna der fürst von alwa der fürst von jetet der fürst von ohulibama der fürst von elah der fürst von pinon der fürst von kenas der fürst von theman der fürst von mipzar der fürst von magdiel der fürst von iram das sind die fürsten in edom wie sie im land ihres eigentums gewohnt haben und esau ist der vater der edomiter kapitel 37 jakob aber wohnte in dem land in dem sein vater ein fremdling war im land kanaan dies ist die geschichte jakobs josef war siebzehn jahre alt als er mit seinen brüdern das vieh hütete und er war als knabe bei den söhnen bilhas und silpas den frauen seines vaters und josef brachte vor ihren vater was man ihnen schlimmes nachsagte israel aber hatte josef lieber als alle seine söhne weil er ihn in seinem alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten leibrock machen lassen als nun seine brüder sahen dass ihr vater ihn lieber hatte als alle seine brüder hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem friedensgruß grüßen josef aber hatte einen traum und verkündete ihn seinen brüdern da hassten sie ihn noch mehr er sprach nämlich zu ihnen hört doch was für einen traum ich gehabt habe siehe wir banden garben auf dem feld und siehe da richtete sich meine garbe auf und blieb stehen und siehe eure garben stellten sich ringsum her und warfen sich vor meiner garbe nieder da sprachen seine brüder zu ihm willst du etwa unser könig werden willst du über uns herrschen darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner träume und wegen seiner reden er hatte aber noch einen anderen traum den erzählte er seinen brüdern auch und sprach seht ich habe wieder geträumt und siehe die sonne und der mond und elf sterne beugten sich vor mir nieder als er aber das seinem vater und seinen brüdern erzählte tadelte ihn sein vater und sprach zu ihm was ist das für ein traum den du geträumt hast sollen etwa ich und deine mutter und deine brüder kommen und uns vor dir bis zur erde niederbeugen und seine brüder waren eifersüchtig auf ihn sein vater aber bewahrte das wort im gedächtnis als aber seine brüder nach sichem gegangen waren um die schafe ihres vaters zu weiden da sprach israel zu josef weiden nicht deine brüder die herde in sichem komm ich will dich zu ihnen senden er aber sprach hier bin ich da sprach er zu ihm geh doch und sieh ob es gut steht um deine brüder und ob es gut steht um die herde und bring mir bescheid so sandte er ihn aus dem tal hebron und er wanderte nach sichem da traf ihn ein mann als er umherirrte auf dem feld der fragte ihn und sprach was suchst du er antwortete ich suche meine brüder sage mir doch wo sie weiden der mann antwortete sie sind von hier fortgezogen denn ich hörte sie sagen lasst uns nach dotan ziehen da ging josef seinen brüdern nach und fand sie in dotan als sie ihn nun von ferne sahen ehe er in ihre nähe kam beschlossen sie ihn heimlich umzubringen und sie sprachen zueinander seht da kommt der träumer daher und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine zisterne werfen und sagen ein böses tier habe ihn gefressen dann wollen wir sehen was aus seinen träumen wird als ruben dies hörte rettete er ihn aus ihren händen in dem er sprach wir wollen ihn nicht ums leben bringen und weiter sprach ruben zu ihnen vergießt kein blut werft ihn in die zisterne dort in der wüste aber legt nicht hand an ihn er wollte ihn aber aus ihrer hand erretten und ihn wieder zu seinem vater bringen und es geschah als josef zu seinen brüdern kam da zogen sie ihm das gewand aus den bunten leibrock den er trug und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die zisterne die zisterne aber war leer und es war kein wasser darin darauf setzten sie sich nieder um zu essen als sie aber ihre augen hoben und sich umsahen siehe da kam eine karawane von ismailitern von gilead daher deren kamele trugen tragakant balsam und ladanum und sie zogen hinab um es nach ägypten zu bringen da sprach juda zu seinen brüdern was gewinnen wir damit dass wir unseren bruder töten und sein blut verbergen kommt wir wollen ihn den ismailitern verkaufen und nicht selbst hand an ihn legen denn er ist unser bruder unser fleisch und seine brüder stimmten zu als nun die midianitischen kaufleute vorbeikamen zogen sie josef aus der zisterne herauf und verkauften ihn den ismailitern für zwanzig silberlinge und diese brachten josef nach ägypten als nun ruben zur zisterne zurückkam siehe da war josef nicht mehr in der zisterne da zerriß er sein gewand kehrte zu seinen brüdern zurück und sprach der knabe ist verschwunden und ich wo soll ich hin sie aber nahmen josefs leibrock und schlachteten einen ziegenbock tauchten den leibrock in das blut und sie schickten den bunten leibrock ihrem vater und ließen ihm sagen das haben wir gefunden sieh doch ob es der leibrock deines sohnes ist oder nicht und er erkannte ihn und sprach es ist der leibrock meines sohnes ein wildes tier hat ihn gefressen josef ist gewiß zerrissen worden und jakob zerriss seine kleider und legte sacktuch um seine lenden und trug lange zeit leid um seinen sohn da machten sich alle seine söhne und töchter auf um ihn zu trösten er aber wollte sich nicht trösten lassen sondern sprach ich höre nicht auf zu trauern bis ich zu meinem sohn hinabfahre ins totenreich so beweinte ihn sein vater aber die midianiter verkauften ihn nach ägypten an potiphar einen kämmerer des pharao den obersten der leibwache kapitel 38 es geschah aber um jene zeit daß juda von seinen brüdern wegzog und sich zu einem mann aus adulam wandte der hira hieß und juda sah dort die tochter eines kananiters der schua hieß und er nahm sie zur frau und ging zu ihr ein und sie wurde schwanger und gebar einen sohn und er gab ihm den namen er und sie wurde wieder schwanger und gebar einen sohn und sie gab ihm den namen onan und wiederum gebar sie einen sohn und sie gab ihm den namen schela er befand sich aber in kesib als sie ihn gebar und juda gab seinem erstgeborenen sohn er eine frau die hieß tamar aber er der erstgeborene judas war böse in den augen des herrn darum tötete ihn der herr da sprach juda zu onan komm zu der frau deines bruders und vollziehe mit ihr die schwager ehe damit du deinem bruder nachkommen erwächst da aber onan wußte daß der nachkomme nicht sein eigener sein würde ließ er es auf die erde fallen und verderben wenn er zur frau seines bruders ging um seinem bruder keinen nachkommen zu geben was er tat missfiel aber dem herrn da tötete er auch ihn da sprach juda zu tamar der frau seines sohnes bleibe als witwe im haus deines vaters bis mein sohn schela erwachsen ist denn er dachte vielleicht könnte er auch sterben wie seine brüder so ging tamar hin und blieb im haus ihres vaters als nun viele tage verflossen waren starb die tochter schuas die frau judas und nachdem juda ausgetrauert hatte ging er hinauf zu seinen schafherden nach timna er und hira sein freund aus adulam da wurde der tamar berichtet siehe dein schwiegervater geht hinauf nach timna um seine schafe zu scheren da legte sie die witwenkleider ab bedeckte sich mit einem schleier und verhüllte sich und setzte sich ans tor von enaim am weg nach timna denn sie sah dass schela erwachsen war und sie ihm nicht zur frau gegeben wurde als nun juda sie sah glaubte er sie sei eine hure denn sie hatte ihr angesicht bedeckt und er bog ab zu ihr an den weg und sprach lass mich doch zu dir kommen denn er wußte nicht dass sie die frau seines sohnes war sie antwortete was willst du mir geben wenn du zu mir kommst er sprach ich will dir einen ziegenbock von der herde schicken sie antwortete schickst er sprach was willst du daß ich dir zum pfand gebe sie antwortete deinen siegelring und deine schnur und deinen stab den du in deiner hand hast da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde von ihm schwanger und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihre Witwenkleider an juda aber sandte den ziegenbock durch seinen freund den adulamiter um das pfand von der frau zurück zu erhalten aber er fand sie nicht da fragte er die leute an jenem ort und sprach wo ist die tempel hure die bei enaim am weg saß sie antworteten es ist keine tempel hure hier gewesen und er kam wieder zu juda und sprach ich habe sie nicht gefunden dazu sagen die leute an jenem ort es sei keine tempel hure dort gewesen juda sprach so soll sie das pfand für sich behalten damit wir nicht in verruf geraten siehe ich habe den bock geschickt aber du hast sie nicht gefunden und es geschah nach etwa drei monaten da wurde dem juda berichtet deine schwiegertochter Tama hat hurerei getrieben und siehe sie ist von der hurerei auch schwanger geworden da sprach juda führt sie hinaus damit sie verbrannt werde und als man sie hinaus führte schickte sie zu ihrem schwiegervater und ließ ihm sagen von dem mann bin ich schwanger geworden dem das gehört und sie sprach erkenne doch wem gehört dieser siegelring und die schnur und der stab da erkannte ist gerechter als ich denn ich habe sie nicht meinem sohn schela gegeben und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen umgang mehr mit ihr und es geschah als sie gebären sollte siehe da waren zwillinge in ihrem leib und es geschah als sie gebar da kam eine hand heraus da nahm die hebamme einen roten faden und band ihn darum und sprach der ist zuerst heraus gekommen als dieser aber seine hand wieder hinein zog siehe da kam sein bruder heraus und sie sprach warum hast du dir einen solchen riss gemacht und man gab ihm den namen peretz danach kam sein bruder heraus der den roten faden um die hand hatte und man gab ihm den namen serach kapitel 39 josef aber war nach ägypten hinab geführt worden und potiphar ein kämmerer des pharao der oberste der leibwache ein ägypter hatte ihn aus der hand der ismailiter erworben die ihn dorthin gebracht hatten und der herr war mit josef und er war ein mann dem alles gelang und so durfte er im haus seines ägyptischen herrn bleiben und als sein gebieter sah daß der herr mit ihm war und daß der herr in seiner hand alles gelingen ließ was er unternahm da fand josef gnade in seinen augen und durfte ihn bedienen und er setzte ihn zum aufseher über sein haus und gab alles was er hatte in seine hand und von der zeit an da er ihn über sein haus und über alle seine Güter gesetzt hatte segnete der herr das haus des ägypters um josefs willen und der segen des herrn war in allem was er hatte im haus und auf dem feld da überließ er alles was er hatte der hand josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das brot das er aß josef aber war von schöner gestalt und gutem aussehen es geschah aber nach diesen begebenheiten dass die frau seines herrn ihre augen auf josef warf und zu ihm sprach lege dich zu mir er aber weigerte sich und sprach zu der frau seines herrn siehe mein herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts was ihm vorgeht und hat alles in meine hand gegeben was ihm gehört es ist niemand größer in diesem Haus als tat begehen und gegen Gott sündigen und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete hörte er doch nicht auf sie daß er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte es geschah aber an einem solchen Tag als er ins Haus kam um seine Arbeit zu tun und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war daß sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach lege dich zu mir er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus als sie nun sah daß er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen seht er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht damit er Mut willen mit uns treibt er kam zu mir meine Stimme erhob und schrie ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen bis sein Herr nach Hause kam dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach der hebräische Knecht den du uns gebracht hast ist zu mir hereingekommen um Mut willen mit mir zu treiben als ich aber meine Stimme erhob und schrie ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte als sie sprach so und so hat mir dein Knecht getan da entbrannte sein Zorn und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis dorthin wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen so war er dort im Gefängnis aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters und der Kerkermeister gab alle Gefangenen die im Kerker waren in Josefs Hand und alles was es dort zu tun gab geschah durch ihn der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas das Josef in die Hand nahm denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen was er tat Kapitel 40 nach diesen Begebenheiten geschah es dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn den König von Ägypten versündigten da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache in den Kerker in dem Josef gefangen lag und der oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie und er diente ihnen und sie waren längere Zeit im Gefängnis und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht jeder einen Traum von besonderer Bedeutung der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten die in dem Kerker gefangen lagen als nun Josef am Morgen zu ihnen kam sah er sie an und sie sie waren bedrückt da fragte er die Höflinge des Pharao die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren und sprach warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht sie antworteten ihm wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da der ihn deuten kann Josef sprach zu ihnen kommen die Deutungen nicht von Gott erzählt es mir doch da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach in meinem Traum siehe da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock waren drei Reben und als er knospte gingen die Blüten auf und seine Trauben bekamen reife Beeren ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand und ich nahm die Weintrauben und da sprach Josef zu ihm dies ist die Deutung die drei Reben sind drei Tage in drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen so dass du dem Pharao den Becher reichen wirst wie du es früher zu tun pflegt ist als du noch sein Mund schenk warst solltest du dann etwa an mich denken wenn es dir gut geht Haus heraus denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan weswegen man mich einsperren müsste als nun der oberste Bäcker sah dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte sprach er zu ihm siehe in meinem Traum trug ich drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf und im obersten Korb war allerlei Backwerk Speise für den Pharao aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb der auf meinem Kopf war da antwortete Josef und sprach dies ist die Deutung die drei Körbe sind drei Tage in drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich ans Holz hängen lassen dass die Vögel dein Fleisch fressen werden und es geschah am dritten Tag dem Geburtstag des Pharao als er für alle seine Knechte einmal veranstaltete dass er das Haupt des obersten Mundschenken und des obersten Bäckers erhob unter allen seinen Knechten und den obersten Mundschenk setzte er wieder ein in sein Amt so dass er dem Pharao den Becher reichen durfte aber den obersten Bäcker ließ er hängen so wie Josef es ihnen gedeutet hatte aber der oberste Mundschenk Kapitel 41 Es geschah aber nach zwei Jahren da hatte der Pharao einen Traum und siehe er stand am Nil und siehe aus dem Nil stiegen sieben schöne und wohlgenährte Kühe herauf die im Nil Gras weideten und siehe nach diesen stiegen sieben andere Kühe aus dem Nil herauf von hässlicher Gestalt und magerem Leib die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils und die sieben hässlichen mageren Kühe fraßen die sieben schönen wohlgenährten Kühe da erwachte der Pharao er schlief aber wieder ein und träumte zum zweiten Mal und siehe da wuchsen sieben ehren auf einem einzigen halm die waren voll und gut und siehe nach diesen da sprosten sieben ehren die waren dünn und vom Ostwind versenkt und die sieben dünnen ehren verschlangen die sieben schweren und vollen ehren da erwachte der Pharao und siehe es war ein Traum und es geschah am Morgen da war sein Geist beunruhigt und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum aber da war keiner der ihn dem Pharao deuten konnte da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao ich erinnere mich heute an meine Sünde als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des obersten der Leibwache mich und den obersten Bäcker da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum er und ich jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns ein Knecht des obersten der Leibwache dem erzählten wir es und er deutete unsere Träume jedem deutete er seinen Traum besonders und so wie er es uns deutete so ist es gekommen mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt und ihn hat man gehängt da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen und sie entließen ihn schnell aus dem Loch er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein und der Pharao sprach zu Josef ich habe einen Traum gehabt aber es kann ihn niemand deuten nun habe ich über dich vernommen dass du einen Traum zu deuten vermagst wenn du ihn hörst Josef antwortete dem Pharao und sprach das steht nicht bei mir Gott wird verkündigen was dem Pharao zum wohl dient da sprach der Pharao zu Josef siehe in meinem Traum stand ich am Ufer des Nils und siehe da stiegen aus dem Nil sieben wohlgenährte Kühe von schöner Gestalt herauf die im Nilgras weideten und siehe nach ihnen stiegen sieben andere Kühe herauf dürftig und von sehr hässlicher Gestalt und magerem Leib im ganzen Land Ägypten habe ich keine so hässlichen gesehen und diese mageren hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten wohlgenährten Kühe als sie aber diese verschlungen hatten merkte man nichts davon denn sie waren so hässlich wie zuvor da erwachte ich und ich sah weiter in meinem Traum und siehe sieben volle und gute Ähren wuchsen auf an einem einzigen Halm und siehe nach ihnen sprosten sieben dürre Ähren hervor mager und vom Ostwind versenkt und die mageren Ähren verschlangen die sieben guten Ähren und ich habe es den Wahrsagern erzählt aber keiner kann es mir erklären da sprach josef zum pharao was der pharao geträumt hat bedeutet dasselbe gott hat den pharao wissen lassen was er tun will die sieben schönen kühe sind sieben jahre und die sieben schönen ähren sind auch sieben jahre es ist ein und derselbe traum die sieben mageren und hässlichen kühe die nach jenen herauf kamen sind sieben jahre ebenso die sieben leeren vom ostwind versenkten ähren es werden sieben hungerjahre sein darum sagte ich zu dem pharao gott hat den pharao sehen lassen was er tun will siehe es kommen sieben jahre da wird großer überfluss herrschen im ganzen land ägypten aber nach ihnen werden sieben hungerjahre eintreten und all dieser überfluss wird vergessen sein im land ägypten und die hungersnot wird das land aufzehren so dass man nichts mehr merken wird von dem überfluss im land wegen der hungersnot die danach kommt denn sie wird sehr drückend sein das aber der pharao den traum zweimal hatte das bedeutet dass die sache bei gott fest beschlossen ist und dass gott es rasch ausführen wird und nun möge der pharao nach einem verständigen und weisen mann sehen und ihn über das land ägypten setzen der pharao möge handeln und aufseher über das land setzen und er lasse in den sieben jahren des überflusses den fünften teil des ertrages erheben vom land ägypten so soll man alle nahrung dieser sieben künftigen guten jahre sammeln und getreide speichern zur verfügung des pharao und diese nahrung in den städten aufbewahren und diese nahrung soll dem land als vorrat dienen für die sieben hungerjahre die im land ägypten eintreten werden damit das land durch die hungersnot nicht zugrunde geht diese rede gefiel dem pharao und allen seinen knechten gut und der pharao sprach zu seinen knechten können wir einen mann finden wie diesen in dem der geist gottes ist und der pharao sprach zu josef nachdem gott dir dies alles mitgeteilt hat ist keiner so verständig und weise wie du du sollst über mein haus sein und deinem befehl soll mein ganzes volk gehorchen nur um den thron will ich höher sein als du und der pharao sprach zu josef siehe ich setze dich über das ganze land ägypten und der pharao nahm den siegelring von seiner hand und steckte ihn an die hand josefs und er bekleidete ihn mit weißer leinwand und legte eine goldene kette um seinen hals und er ließ ihn auf seinem zweiten wagen fahren und man rief vor ihm aus beugt eure knie und so wurde er über das ganze land ägypten gesetzt und der pharao sprach zu josef ich bin der pharao aber ohne dich soll niemand im ganzen land ägypten die hand oder den fuß erheben und der pharao gab josef den namen zaffinat paneach und gab ihm asnat zur frau die tochter potiferas des priesters von on und josef zog aus durch das ganze land ägypten und josef war dreißig jahre alt als er vor dem pharao dem könig von ägypten stand und josef ging vom pharao hinweg und bereiste das ganze land ägypten und das land trug in den sieben jahren reichen überfluss und er sammelte allen ertrag der sieben jahre die im land ägypten waren und schaffte die nahrungsmittel in die städte den ertrag der umliegenden felder brachte er in messen konnte denn es war unermesslich viel bevor aber das jahr der hungersnot kam wurden dem josef zwei söhne geboren die gebar ihm asnat die tochter potiferas des priesters von on und josef gab dem erstgeborenen den namen manasse denn er sprach gott hat mich alle meinem mühsal vergessen lassen und das ganze haus meines vaters dem zweiten aber gab er den namen als nun die sieben jahre des überflusses im land ägypten zu ende gegangen waren da brachen die sieben hungerjahre an wie josef vorausgesagt hatte und es entstand eine hungersnot in allen ländern aber im ganzen land ägypten gab es brot und als das ganze land ägypten hunger litt und das volk zum pharao um brot schrie da sprach der pharao zu allen sagt das tut und als die hungersnot im ganzen land herrschte öffnete josef alle speicher und verkaufte den ägyptern getreide denn die hungersnot nahm überhand im land ägypten und alle welt kam nach ägypten um bei josef korn zu kaufen denn es herrschte große hungersnot auf der ganzen erde kapitel 42 und Jakob sah dass es in ägypten korn gab da sprach Jakob zu seinen söhnen was seht ihr einander an siehe ich höre dass es in ägypten korn gibt zieht hinab und kauft uns dort getreide damit wir leben und nicht sterben so machten sich zehn der brüder josefs auf den weg um in ägypten getreide zu kaufen benjamin aber den bruder josefs sandte jakob nicht mit den brüdern denn er sprach es könnte ihm ein unfall begegnen so kamen nun die söhne israels um getreide zu kaufen mit anderen die auch hingingen weil im land kanaan hungersnot herrschte josef aber war regent über das land er allein verkaufte dem ganzen volk des landes korn darum kamen die brüder josefs und beugten sich vor ihm nieder das angesicht zur erde gewand als nun josef seine brüder sah erkannte er sie aber er verstellte sich und redete hart mit ihnen und fragte sie wo kommt ihr her sie antworteten aus dem land kanaan um nahrung zu kaufen und josef erkannte seine brüder sie aber erkannten ihn nicht und josef dachte an die träume die er von ihnen gehabt hatte und sprach zu ihnen ihr seid kundschafter ihr seid gekommen um zu sehen wo das land offen ist sie antworteten ihm nein mein herr deine knechte sind gekommen um speise zu kaufen wir sind alle söhne eines mannes wir sind aufrichtig deine knechte sind niemals kundschafter gewesen er aber sprach zu ihnen nein sie antworteten wir deine knechte sind zwölf brüder die söhne eines einzigen mannes im land kanaan und siehe der jüngste ist gegenwärtig bei unserem vater und der eine ist nicht mehr aber josef sprach zu ihnen es ist so wie ich euch gesagt habe ihr seid kundschafter daran will ich euch prüfen so war der pharao lebt ihr sollt von hier nicht fortgehen es sei denn euer jüngster bruder kommt her schickt einen von euch hin damit er euren bruder holt ihr aber sollt in haft behalten werden so wird es sich herausstellen ob ihr wahrhaftig seid wenn aber nicht dann seid ihr kundschafter so wahr der pharao lebt und er setzte sie alle zusammen in gewahrsam drei tage lang am dritten Tag aber sprach josef zu ihnen wenn ihr am leben bleiben wollt so tut nun dies denn ich fürchte gott wenn ihr aufrichtig seid so lasst einen von euch brüdern hier gebunden im gefängnis zurück ihr anderen aber geht hin und bringt getreide heim um den hunger eurer familien zu stillen euren jüngsten bruder aber bringt zu mir damit eure worte sich als wahr erweisen und dann sollt ihr nicht sterben und sie handelten danach sie sagten aber zueinander wahrlich wir sind schuldig wegen unseres bruders denn wir sahen die drangsal seiner seele als er uns um erbarmen anflehte wir aber hörten nicht auf ihn darum ist diese drangsal über uns gekommen ruben antwortete und sprach zu ihnen habe ich euch nicht gesagt versündigt euch nicht an dem knaben aber ihr wolltet ja nicht hören darum seht nun wird sein blut gefordert sie wussten aber nicht daß joseph sie verstand denn er verkehrte mit ihnen durch einen dolmetscher und er wandte sich von ihnen ab und weinte kehrte aber wieder zu ihnen zurück und redete mit ihnen darauf nahm er Simeon von ihnen weg und band ihn vor ihren Augen und joseph gab befehl daß man ihre gefäße mit getreide fülle und jedem sein geld wieder in seinen sack lege und ihnen auch verpflegung mit auf die reise gebe und so machte man es mit ihnen da luden sie ihr getreide auf ihre esel und gingen davon als aber einer seinen sack öffnete um in der herberge seinem esel futter zu geben da sah er sein geld und siehe es lag oben im sack und er sprach zu seinen brüdern mein geld ist mir zurück gegeben worden seht es ist in meinem sack da verging ihnen der mut und sie sprachen zitternd einer aber zu ihrem vater jakob ins land kana ankamen erzählten sie ihm alles was ihnen begegnet war und sprachen der man der herr des landes ist redete hart mit uns und behandelte uns als kundschafter des landes wir aber sagten wir sind aufrichtig und sind keine kundschafter wir sind zwölf brüder söhne unseres vaters einer ist nicht mehr der jüngste aber ist gegenwärtig bei unserem vater im land kana an da sprach der man der herr des landes zu uns daran will ich erkennen ob ihr aufrichtig seid lasst einen eurer brüder bei mir zurück und geht und nehmt mit was ihr für eure familien braucht und bringt euren jüngsten bruder zu mir damit ich erkenne dass ihr keine kundschafter sondern aufrichtig seid dann will ich euch euren bruder herausgeben und ihr könnt ungehindert im land verkehren und es geschah als sie ihre säcke ausleerten siehe da hatte jeder seinen beutel mit geld in seinem sack als sie und ihr vater ihre beutel mit geld sahen erschraken sie und ihr vater jakob sprach zu ihnen ihr habt mich meiner kinder beraubt josef ist nicht mehr simeon ist nicht mehr und alles ist über mich gekommen da sprach ruben zu seinem vater du kannst meine beiden söhne töten wenn ich ihn dir nicht wieder bringe über gib ihn nur meiner hand ich will ihn dir wieder bringen er aber sprach mein sohn soll nicht mit euch hinab ziehen denn sein bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben sollte ihm ein unfall begegnen auf dem weg den ihr geht so würdet ihr meine grauen haare vor kummer ins toten reich hinunter bringen kapitel 43 aber die hungersnot lastete auf dem land und es geschah als sie alles korn aufgezehrt hatten das sie aus ägypten her gebracht hatten da sprach ihr vater zu ihnen geht und kauft uns wieder ein wenig speise aber juda antwortete und sprach zu ihm der man hat uns ernstlich bezeugt und gesagt ihr sollt mein angesicht nicht sehen wenn euer bruder nicht bei euch ist wenn du nun unseren bruder mit uns sendest so wollen wir hinab ziehen und dir speise kaufen wenn du ihn aber nicht gehen lässt so ziehen wir nicht hinab denn der man hat zu uns gesagt ihr sollt mein angesicht nicht sehen wenn euer bruder nicht bei euch ist da sprach israel warum habt ihr mir das zu leide getan dem man zu verraten dass ihr noch einen bruder habt sie sprachen der man forschte so genau nach uns und unserer verwandtschaft und sprach lebt euer vater noch habt ihr noch einen bruder da gaben wir ihm auskunft wie es sich verhielt konnten wir denn wissen dass er sagen würde bringt euren bruder herab und juda sprach zu seinem vater israel gib mir den knaben mit so wollen wir uns auf den weg machen damit wir leben und nicht sterben wir und du und unsere kinder ich will für ihn bürgen von meiner hand sollst du ihn fordern wenn ich ihn dir nicht wieder bringe und ihn vor dein Angesicht stelle so will ich die Schuld tragen vor da sprach ihr vater israel zu ihnen wenn es denn doch sein muss dann macht es so nehmt in eure säcke von den berühmtesten erzeugnissen des landes und bringt sie dem mann als geschenk ein wenig balsam ein wenig honig tragakant und ladanum pistazien und mandeln nehmt auch dem doppelten betrag geld mit euch und erstattet das zurückerhaltene geld das oben in euren säcken war eigenhändig wieder vielleicht war es ein versehen und nehmt euren bruder mit macht euch auf und kehrt zu dem mann zurück und gott der allmächtige gebe euch barmherzigkeit vor dem mann daß er euch euren anderen bruder wieder mit gibt und benjamin ich aber wenn ich doch der kinder beraubt sein soll so sei ich ihrer beraubt da nahmen die männer dieses geschenk und doppelt so viel geld mit sich und auch benjamin und sie machten sich auf und reisten hinab nach ägypten und traten vor josef als nun josef den benjamin bei ihnen sah sprach er zu seinem verwalter führe die männer ins haus hinein schlachte und bereite ein essen zu denn sie sollen mit mir zu mittag essen der man tat wie ihm josef gesagt hatte und führte die männer in das haus josefs da fürchteten sich die männer weil sie in das haus josefs geführt wurden und sprachen man führt uns hinein wegen des geldes welches das erste mal wieder in unsere säcke gekommen ist um über uns herzufallen und uns zu überwältigen und uns zu sklaven zu machen samt unseren eseln darum wandten sie sich an den man der über das haus josefs gesetzt war und redeten vor der haustür mit ihm und sie sprachen bitte mein herr wir sind schon einmal hier gewesen um speise zu kaufen und es geschah als wir in die herberge kamen und unsere säcke öffneten siehe da lag das Geld von jedem oben in seinem Sack unser Geld nach seinem vollen Gewicht nun haben wir es wieder mit uns gebracht und anderes Geld dazu um Speise zu kaufen wir wissen nicht wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat er sprach zu ihnen Friede sei mit euch fürchtet euch nicht euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben euer Geld ist mir zugekommen und er brachte Simeon zu ihnen hinaus und der Mann führte die Männer in das Haus Josefs und gab ihnen Wasser dass sie ihre Füße waschen konnten und gab ihren Eseln Futter sie aber machten das Geschenk bereit bis Josef zur Mittagszeit kam denn sie hatten gehört dass sie dort essen sollten als nun Josef nach Hause kam brachten sie ihm das Geschenk das in ihren Händen war ins Haus und beugten sich vor ihm zur Erde nieder und er fragte nach ihrem Wohlergehen und sprach geht es auch eurem alten Vater gut von dem ihr mir erzähltet lebt er noch sie antworteten es geht deinem Knecht unserem Vater gut er lebt noch und sie verneigten sich und beugten sich vor ihm nieder als er aber seine Augen erhob und seinen Bruder Benjamin sah den Sohn seiner Mutter fragte er ist das euer jüngster Bruder von dem ihr mir gesprochen habt und er sprach Gott sei dir gnädig mein Sohn danach aber zog sich Josef zurück denn sein innerstes war aufgewühlt wegen seines Bruders und er suchte einen Ort auf wo er weinen konnte und ging in sein Gemach und weinte dort dann aber wusch er sein Angesicht ging hinaus überwand sich und sprach tragt das Essen auf und man trug ihm besonders auf und ihnen besonders und ebenso den Ägyptern die mit ihm aßen besonders denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern zusammen essen denn das ist für die Ägypter ein Gräuel und sie saßen vor ihm der Erstgeborene zu oberst und der Jüngste zu unterst und die Männer schauten einander verwundert an und man trug ihnen besondere Gerichte von dem auf was vor seinem Angesicht gestanden hatte das besondere Gericht für Benjamin aber war fünfmal größer als die besonderen Gerichte von ihnen allen und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm Kapitel 44 und Josef befahl seinem Verwalter und sprach fülle den Männern die Säcke mit Speise so viel sie tragen können und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack meinen Becher aber den silbernen Becher lege oben in den Sack des Jüngsten samt dem Geld für das Korn und er handelte nach dem Wort Josefs das er gesprochen hatte und als der Morgen anbrach ließ man die Männer ziehen samt ihren Eseln als sie aber zur Stadt hinaus gekommen und noch nicht weit entfernt waren sprach Josef zu seinem Verwalter mache dich auf jage den Männern nach und wenn du sie eingeholt hast sprich zu ihnen warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolden ist das nicht derjenige aus dem mein Herr trinkt und aus dem mehr wahrzusagen pflegt da habt ihr Böses getan als er sie nun eingeholt hatte redete er mit ihnen diese Worte sie aber sprachen warum redet mein Herr solche Worte das sei ferne von deinen Knechten so etwas zu tun sie wir haben dir das Geld das wir oben in unseren Säcken fanden aus dem Land Kanaan wieder zurückgebracht wie sollten wir denn aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold gestohlen haben bei welchem von deinen Knechten aber etwas gefunden wird der soll sterben und wir anderen wollen die Knechte deines Herrn sein er aber sprach nach eurem Wort so soll es sein bei wem er gefunden wird der sei mein Knecht ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben da ließ sogleich jeder seinen Sack zur Erde gleiten und jeder öffnete seinen Sack er aber fing an zu suchen beim ältesten und kam bis zum jüngsten da fand sich der Becher in Benjamins Sack da zerrissen sie ihre Kleider und jeder legte seine Last auf seinen Esel und sie kehrten wieder in die Stadt zurück und Judah ging mit seinen Brüdern in das Haus Josefs denn er war noch dort und sie fielen vor ihm auf die Erde nieder Josef aber sprach zu ihnen was ist das für eine Tat die ihr begangen habt wusstet ihr nicht dass ein solcher Mann wie ich es bin wahr sagen kann Judah Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden siehe wir sind die Knechte unseres Herrn wir und der in dessen Hand der Becher gefunden worden ist er aber sprach das sei ferne von mir so etwas zu tun der Mann in dessen Hand der Becher gefunden worden ist soll mein Knecht sein ihr aber zieht in Frieden zu eurem Vater hinauf da trat Judah näher zu ihm hinzu und sprach bitte mein Herr lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn und dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte denn du bist wie der Pharao mein Herr fragte seine Knechte und sprach habt ihr noch einen Vater oder Bruder da antworteten wir meinem Herrn wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben der ihm in seinem Alter geboren wurde und dessen Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter und sein Vater hat ihn lieb da sprachst du zu deinen Knechten bringt ihn zu mir herab damit ich ihn sehen kann da sprachen wir zu meinem Herrn der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen wenn er seinen Vater verließe so würde dieser sterben du aber sprachst zu deinen Knechten wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herab kommt so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen als wir nun zu deinem Knecht unserem Vater kamen da verkündeten wir ihm die Worte unseres Herrn und als unser Vater sprach geht hin und kauft uns wieder etwas zu essen da antworteten wir wir können nicht hinab ziehen wenn unser jüngster Bruder bei uns ist dann wollen wir hinab ziehen denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist da sprach dein Knecht unser Vater zu uns ihr wisst dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat der eine ist von mir weg gegangen und ich musste mir sagen gewiss ist er zerrissen worden und ich habe ihn bis heute nicht wieder gesehen wenn ihr nun diesen auch von mir nehmt und es stößt ihm ein Unglück zu so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich hinunter bringen wenn ich nun zu deinem Knecht meinem Vater käme und der Knabe wäre nicht bei mir an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist so würde es geschehen daß er stirbt wenn er sieht daß der Knabe nicht da ist und so würden wir deine Knechte die grauen Haare deines Knechtes unseres Vaters vor Kummer ins Totenreich hinunter bringen denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbirgt und versprochen wenn ich ihn dir nicht wieder bringe so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen mein ganzes Leben lang darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben anstatt des Knaben der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen ohne daß der Knabe bei mir wäre ich möchte das Leid nicht sehen das meinen Vater träfe Kapitel 45 da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen die um ihn her standen und er rief lasst jedermann von mir hinaus gehen und es stand kein Mensch bei ihm als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab und er weinte laut so dass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten und Josef sprach zu seinen Brüdern ich bin Josef lebt mein Vater noch aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten so bestürzt waren sie vor ihm da sprach Josef zu seinen Brüdern tretet doch her zu mir als sie nun näher kamen sprach er zu ihnen ich bin Josef euer Bruder den ihr nach Ägypten verkauft habt und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber dass ihr Rettung hat mich Gott vor euch her gesandt denn dies ist das zweite Jahr das die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein aber Gott hat mich vor euch her gesandt um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt sondern Gott er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm so spricht dein Sohn Josef Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt komm zu mir herab zögere nicht und du sollst im Land gosen wohnen und nahe bei mir sein du und deine Kinder und deine Kindeskinder deine Schafe und deine Rinder und alles was dir gehört ich will dich dort mit Nahrung versorgen denn es sind noch fünf Jahre Hungersnot damit du nicht verarmst du und dein Haus und alles was dir gehört und siehe eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin dass mein Mund es ist der zu euch redet darum verkündet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles was ihr gesehen habt und bringt meinen Vater schnell hierher und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte und Benjamin weinte auch an seinem Hals und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen und danach redeten seine Brüder mit ihm als man nun die Nachricht vernahm Josefs Brüder sind gekommen da gefiel dies dem Pharao und seinen Knechten gut und der Pharao sprach zu Josef sage deinen Brüdern tut das beladet eure Tiere und macht euch auf den Weg zieht in das Land Kana an und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir so will ich euch das Beste des Landes Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen und du ordne dies an ihr sollt so handeln nehmt euch Wagen mit aus dem Land Ägypten für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt und euer Hausrat darf euch nicht reuen denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören da machten es die Söhne Israels so und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao auch gab er ihnen Verpflegung auf den Weg und er schenkte ihnen allen Festgewänder jedem Einzelnen Benjamin aber schenkte er 300 Silberlinge und fünf Festgewänder und seinem Vater sandte er folgendes zehn Esel beladen mit dem besten Ägyptens und zehn Eselinnen die Korn Brot und Speise trugen für seinen Vater auf dem Weg damit entließ er seine Brüder und sie gingen und er sprach zu ihnen streitet nicht auf dem Weg so reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und sie berichteten ihm und sprachen Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land denn er glaubte ihnen nicht da sagten sie ihm alle Worte die Josef zu ihnen geredet hatte und als er die Wagen sah die Josef gesandt hatte um ihn abzuholen da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig und Israel sprach für mich ist es genug dass mein Sohn Josef noch lebt ich will hingehen und ihn sehen bevor ich sterbe Kapitel 46 und Israel brach auf mit allem was er hatte und als er nach Beersheba kam brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht Jakob Jakob er sprach hier bin ich da sprach er ich bin der starke Gott der Gott deines Vaters fürchte dich nicht nach Ägypten hinab zu ziehen denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiß auch wieder hinauf und Josef soll dir die Augen zudrücken da machte sich Jakob von Beersheba auf und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen die der Pharao gesandt hatte um ihn hinzuführen sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe die sie im Land Kanan erworben hatten und kamen nach Ägypten Jakob und all sein Same mit ihm seine Söhne und Enkel seine Töchter und Enkelinnen allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten dies aber sind die Namen der Söhne Israels die nach Ägypten kamen Jakob und seine Söhne der erstgeborene Sohn Jakobs Ruben die Söhne Rubens Henoch Palu Hetzron und Carmi die Söhne Simeons Jemuel Jamin Ohat Jachin Zohar und Saul der Sohn von der Kananäischen Frau Die Söhne Levis Gerson Kahat und Merari Die Söhne Judas Er Onan Schela Peretz und Serach Aber Er und Onan waren im Land Kanaan gestorben Die Söhne des Peretz aber waren Hetzron und Hamul Die Söhne Issachas Tola Puva Job und Shimron Die Söhne Sebulons Seret Elon und Yachleil Das sind die Söhne von Lea die sie dem Jakob in Paddan Aram geboren hatte und Dina seine Tochter Alle seine Söhne und Töchter sind 33 Seelen Die Söhne Gatz Siphion Hagi Shuni Etzbon Eri Arodi und Areli Die Söhne Assas Yimna Jeschwa Jeschwi Beria und Serach ihre Schwester Und die Söhne Berias Heber und Malkiel Das sind die Söhne von Silpa die Laban seiner Tochter Lea gab sie gebar diese dem Jakob insgesamt sechzehn Seelen Die Söhne Rahels der Frau Jakobs Josef und Benjamin Und dem Josef wurden im Land Ägypten Manasse und Ephraim geboren die ihm Asnat gebar die Tochter Potipheras des Priesters von On Die Söhne Benjamins Bela Becher Aspil Gera Naaman Ehi Rosch Muppim Huppim und Art Das sind die Söhne von Rahel die dem Jakob geboren wurden alle zusammen vierzehn Seelen Die Söhne Danz Husim Die Söhne Jakob sind sieben Seelen Alle Seelen die mit Jakob nach Ägypten kamen die aus seinen Länden hervorgegangen waren ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs sind zusammen sechsundsechzig Seelen Und die Söhne Josefs die ihm in Ägypten geboren sind waren zwei Seelen so dass alle Seelen des Hauses Jakobs die nach Ägypten kamen siebzig waren Er hatte aber den Judah vor sich her zu Josef gesandt damit er ihn zur Begegnung nach Gosen weise und sie kamen in das Land Gosen da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen und als er ihn sah fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals und Israel sprach zu Josef nun will ich gerne sterben nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe daß du noch lebst Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu dem Haus seines Vaters Ich will hinaufgehen und es dem Pharao berichten und ihm sagen meine Brüder und das Haus meines Vaters die im Kanaan waren sind zu mir gekommen und die Männer sind Schafhirten sie sind Viehzüchter und haben ihre Schafe und Rinder und alles was ihnen gehört mit gebracht Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt was treibt ihr so sollt ihr sagen deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an bis jetzt wir und unsere Väter dann werdet ihr im Land Gosen wohnen dürfen weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind Kapitel 47 und Josef kam und berichtete es dem Pharao und sprach mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kana angekommen samt ihren Schafen und Rindern und aller ihrer Habe und siehe sie sind im Land Gosen er hatte aber aus der Zahl seiner Brüder fünf mitgenommen und stellte sie dem Pharao vor und der Pharao fragte seine Brüder was treibt ihr sie antworteten dem Pharao deine Knechte sind Schafhirten wir und unsere Väter und sie sprachen zum Pharao wir sind gekommen um uns im Land aufzuhalten denn deine Knechte haben keine Weide für ihr Vieh so hart beschwert die Hungersnot das Land Kanaan und nun möchten deine Knechte gerne im Land Gosen wohnen da sprach der Pharao zu Josef dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen das Land Ägypten steht dir offen lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen im Land Gosen sollen sie wohnen und wenn du weißt dass unter ihnen tüchtige Leute sind so setze sie zu Aufsehern über meine Herden und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihn dem Pharao vor und Jakob segnete den Pharao und der Pharao fragte Jakob wie alt bist du Jakob sprach zum Pharao die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt einhundertdreißig Jahre wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft und Jakob segnete den Pharao und ging hinweg vom Angesicht des Pharao und Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten im besten Teil des Landes im Gebiet von Ramses wie der Pharao befohlen hatte und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach im ganzen Land kein Brot denn die Hungersnot war sehr schwer und das Land Ägypten war erschöpft wegen der Hungersnot ebenso das Land Kanaan und Josef brachte alles Geld zusammen das im Land Ägypten und im Land Kanaan gefunden wurde für das Getreide das man kaufen musste und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao Da nun das Geld im Land Ägypten und in Kanaan ausgegangen war kamen alle Ägypter zu Josef und sprachen gib uns Brot warum sollen wir vor deinen Augen sterben weil kein Geld mehr da ist Josef sprach bringt euer Vieh her so will ich euch geben als Entgelt für euer Vieh wenn es kein Geld mehr gibt da brachten sie ihr Vieh zu Josef und Josef gab ihnen Brot um Pferde Schafe Rinder und Esel und versorgte sie so in jenem Jahr mit Brot um den Preis ihres ganzen Viehs als nun jenes Jahr verflossen war kamen sie zu ihm im nächsten Jahr und sprachen wir wollen unserem Herrn nicht verhehlen dass weil das Geld ausgegangen ist und das Vieh unserem Herrn gehört nunmehr nichts mehr übrig bleibt vor unserem Herrn als unser Leib und unser Feld warum sollen wir umkommen vor deinen Augen wir und unser Feld kaufe uns um Brot samt unserem Feld dass wir und unser Feld dem Pharao dienstbar seien gib uns Samen dass wir leben und nicht sterben und dass das Land nicht zur Wüste wird so kaufte Josef alles Ackerland der Ägypter für den Pharao auf denn die Ägypter und so wurde das Land zum Eigentum des Pharao das Volk aber ließ er in die verschiedenen Städte bringen von einem Ende Ägyptens bis zum anderen nur die Äcker der Priester kaufte er nicht denn die Priester bezogen ein festes Einkommen vom Pharao und ernährten sich von ihrem festen Einkommen das ihnen der Pharao gab darum brauchten sie ihre Äcker nicht zu verkaufen und Josef sprach zum Volk ich habe euch heute samt eurem Land für den Pharao gekauft hier ist Samen für euch besät das Land aber vom Ertrag habt ihr dem Pharao den fünften zu geben und vier Teile sollen euch zur Verfügung stehen zum besäen der Felder und zum Unterhalt für euch selbst und euer Gesinde und zur Nahrung für eure Kinder da sprachen sie du hast uns das Leben erhalten wenn wir Gnade finden vor den Augen unseres Herrn so wollen wir Knechte des Pharao sein da machte Josef dies zum Gesetz für das Ackerland Ägyptens bis zum heutigen Tag das dem Pharao der Fünfte gehört nur die Äcker der Priester wurden nicht Eigentum des Pharao und Israel wohnte im Land Ägypten im Land Gosen und sie nahmen es in Besitz waren fruchtbar und mehrten sich sehr und Jakob lebte noch siebzehn Jahre im Land Ägypten und die Tage Jakobs die Jahre seines Lebens betrugen einhundert siebenundvierzig Jahre als nun die Zeit kam dass Israel sterben sollte rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue begrabe mich doch ja nicht in Ägypten sondern ich will bei meinen Vätern liegen darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben er sprach ich will es machen wie du gesagt hast er aber sprach so schwöre mir da schwor er ihm und Israel betete an am Kopf Ende des Bettes Kapitel 48 und es geschah nach diesen Begebenheiten da wurde dem Josef gesagt siehe dein Vater ist krank und er nahm seine zwei Söhne Manasse und Ephraim mit sich und man berichtete dem Jakob und sagte siehe dein Sohn Josef kommt zu dir und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett und Jakob sprach zu Josef Gott der Allmächtige erschien mir in Luz im Land Kanaan und segnete mich und sprach zu mir siehe ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und dich zu einer Menge von Völkern machen und ich will deinem Samen nach dir dieses Land zum ewigen Besitz geben so sollen nun deine beiden Söhne die dir im Land Ägypten geboren wurden ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin mir angehören Ephraim und Manasse sollen mir angehören wie Ruben und Simeon die Kinder aber die du nach ihnen zeugst sollen dir angehören und sollen in ihrem Erbteil nach dem Namen ihrer Brüder genannt werden und als ich aus Paddan kam starb Rahel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg als wir nur ein Stück Weges von Ephrata entfernt waren und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata das ist Bethlehem als aber Israel die Söhne Josefs sah fragte er wer sind diese Josef antwortete es sind meine Söhne die mir Gott hier geschenkt hat er sprach bringe sie doch her zu mir dass ich sie segne denn Israels Augen waren vom Alter kurzsichtig geworden dass er nicht mehr gut sehen konnte als er sie nun zu ihm brachte küsste und umarmte er sie und Israel sprach zu Josef dass ich dein Angesicht noch sehen darf darum hätte ich nicht zu bitten gewagt und nun sie hat mich Gott sogar deine Nachkommen sehen lassen und Josef nahm sie von seinen Knien und warf sich auf sein Angesicht zur Erde nieder danach nahm Josef sie beide Ephraim in seine Rechte zur linken Israels und brachte sie zu ihm da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Haupt obwohl er der jüngere war seine linke aber auf Manasse Haupt indem er so seine Hände kreuzte obwohl Manasse der Erstgeborene war und er segnete Josef und sprach der Gott vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben der Gott der mich behütet hat seitdem ich bin bis zu diesem Tag der Engel der mich erlöst hat aus allem Bösen der segne die Knaben und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak und sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden Als aber Josef sah dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte missfiel es ihm darum ergriff er die Hand seines Vaters um sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt zu wenden dabei sprach Josef zu seinem Vater nicht so mein Vater denn dieser ist der Erstgeborene lege deine Rechte auf sein Haupt aber sein Vater weigerte sich und sprach ich weiß es mein einem Volk werden und auch er soll groß sein aber doch soll sein jüngerer Bruder größer werden und sein Same wird eine Menge von Völkern sein so segnete er sie an jenem Tag und sprach mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen Gott mache dich wie Ephraim und Manasse so setzte er Ephraim dem Manasse voran und Israel sprach zu Josef siehe ich sterbe aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter und ich schenke dir einen Bergrücken den du vor deinen Brüdern voraus haben sollst ich habe ihn den Amoritern mit meinem Schwert und meinem Bogen aus der Hand genommen Kapitel 49 und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach kommt zusammen damit ich euch verkünde was euch in künftigen Tagen begegnen wird versammelt euch und horcht auf ihr Söhne Jakobs hört auf Israel euren Vater Ruben du bist mein erstgeborener Sohn meine Kraft und der Erstling meiner Stärke von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft du warst wie brodelndes Wasser du sollst nicht den Vorzug haben denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen du hast es dort entweiht er stieg auf mein Lager Simeon und Levi sind Brüder Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür verflucht sei ihr Zorn weil er so heftig und ihr Grimm weil er so hart ist ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel Dich Judah werden deine Brüder preisen deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen Judah ist ein junger Löwe mit Beute beladen steigst du mein Sohn empor er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe wie eine Löwin wer darf ihn aufwecken es wird das Zepter nicht von Judah weichen noch der Herrscherstab von seinen Füßen bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edel riebe er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Trauben blut seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch Sebulon wird an der Küste des sich an Sidon an Issachar ist ein knochiger Esel der zwischen den Hürden liegt und weil er sieht dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist so neigt er seine Schultern zum Tragen und wird ein frohen pflichtiger Knecht dann wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels dann wird eine Schlange am Weg sein eine Otter auf dem Pfad die das Ross in die Fersen beißt so dass der Reiter rückwärts stürzt O Herr ich warte auf dein Heil den Gatt drängt eine Schar aber er drängt sie zurück von Asser Fettes ist sein Brot und er gibt königliche Leckerbissen Naftali ist eine losgelassene Hirschkuh er kann schöne Worte machen Josef ist ein junger Fruchtbaum ein junger Fruchtbaum an der Quelle seine Zweige klettern über die Mauer hinaus zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn aber sein Bogen bleibt unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände von den Händen des mächtigen Jakobs vom Namen des Hirten des Felsens Israels von dem Gott deines Vaters er wird dir beistehen von dem Allmächtigen er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab mit Segnungen der Tiefe die unten liegt mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel sie sollen auf das Haupt Josefs kommen auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern Benjamin ist ein reißender Wolf am Morgen verzehrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute diese alle sind die zwölf Stämme Israels und das ist es was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen und er gebot ihnen und sprach zu ihnen ich werde zu meinem Volk versammelt werden begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethithers in der Höhle Machpelah Mamre gegenüber im Land Kanaan wo Abraham den Acker als Erb Begräbnis gekauft hat von Ephron dem Hethiter dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben ebenso Isaak Der Acker und seine Höhle wurde den Hethitern abgekauft Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte zog er seine Füße aufs Bett zurück verschied und wurde zu seinem Volk versammelt Kapitel 50 Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küßte ihn Danach befahl Josef seinen Dienern den Ärzten dass sie seinen Vater ein balsamierten und die Ärzte balsamierten Israel ein und sie verwendeten darauf volle 40 Tage denn so lange dauert die Einbalsamierung aber beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang Als aber die Tage der Trauer um ihn vorüber waren redete Josef mit dem Haus des Pharao und sprach Wenn ich Gnade gefunden habe in euren Augen so redet doch vor den Ohren des Pharao und sprecht Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und zu mir gesagt siehe ich sterbe begrabe mich in meinem Grab das ich mir im Land Kanaan angelegt habe so so laß mich nun hinauf ziehen daß ich meinen Vater begrabe und danach wieder komme und der Pharao sprach zieh hinauf und begrabe deinen Vater wie er dich hat schwören lassen da zog Josef hinauf um seinen Vater zu begraben und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf alle ältesten seines Hauses und alle ältesten des Landes Ägypten dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters nur ihre Kinder Schafe und Rinder ließen sie im Land Gosen zurück es begleiteten ihn auch Wagen und Reiter und es war ein großer Heerzug als sie nun zur Tenne Atat kamen die jenseits des Jordan liegt hielten sie dort eine große und feierliche Totenklage denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine siebentägige Trauer als aber die Bewohner des Landes die Kanaaniter die Trauer bei der Tenne Atat sahen sprachen sie die Ägypter halten da eine große Klage daher wurde der Ort der jenseits des Jordan liegt die Klage der Ägypter genannt Seine Söhne aber handelten so wie er ihnen befohlen hatte sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpelah die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte von Ephron dem Hethiter gegenüber von Mamre Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück er und seine Brüder und alle die mit ihm hinaufgezogen waren um seinen Vater zu begraben als nun Josefs Brüder sahen dass ihr Vater gestorben war sprachen sie Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten die wir an ihm verübt haben darum ließen sie Josef sagen dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach so sollt ihr zu Josef sagen bitte vergib doch deinen Brüdern die vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld da weinte Josef als sie ihm das sagen ließen dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen siehe wir sind deine Knechte aber Josef sprach zu ihnen fürchtet euch nicht bin ich denn an Gottes Stelle ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun aber Gott gedachte es gut zu machen um es so hinauszuführen wie es jetzt zutage liegt um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten so fürchtet euch nun nicht ich will euch und eure Kinder versorgen und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen und Josef blieb in Ägypten er und das Haus seines Vaters und Josef lebte einhundert zehn Jahre und Josef sah die Kinder Ephraims bis in das dritte Glied auch die Kinder Machies des Sohnes Manasses saßen noch auf Josefs Knien und Josef sprach zu seinen Brüdern ich sterbe aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land das er Abraham Isaak und Jakob zugeschworen hat und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinauf bringen und Josef starb einhundert zehn Jahre alt und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten bis du Vielen Dank.